Herzlich Willkommen, schön, dass du dich hier angemeldet hast heute bei mir. Wir spielen weiter GTA 4, das Original. Mittlerweile leicht gemoddet, in verschiedenen Varianten werde ich euch sicherlich noch zeigen, denn es gab mit den letzten zweieinhalb Stunden auf YouTube ein Problem. Die Musik, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, hat ein bisschen Probleme gemacht. Letztendlich haben wir uns dazu entschieden, das zu demonetarisieren. Und dafür jetzt, und das, darauf freue ich mich besonders, da habe ich Bock drauf, neue Musik reinzubauen. Das heißt, wir hören die ganze Zeit nur den Independent Sender. Und da habe ich Musik von Trant, von Chicken Wing Joe und von mir reingepackt. Und das läuft jetzt einfach dann durch, wenn wir Auto fahren. Also darauf könnt ihr euch freuen. Ansonsten habe ich ein paar Mods drüber laufen lassen. Die haben natürlich wieder meine Ruckelproblematik vom letzten Mal reaktiviert. Dann musste ich das wieder rückgängig machen. Aber letztendlich habe ich ein paar neue Mod-Optionen bekommen. Und optisch sieht es auch ein bisschen besser aus. Grüße an Andi, Grüße an Roj, Grüße an Alcas, Grüße an Reels. Und damit gehen wir direkt ins Spiel, würde ich sagen. So, jetzt ist alles wieder gut, oder? Ja! Okay. So. Ab ins Auto. Direkt auf Independent schalten. Das ist das Wichtigste. Ja! Nee, nee, nee. Wir wollen Independent! Scheiße. Ich habe es extra eingestellt. Ich habe es extra eingestellt, dass es immer auf Independent springen soll. Aber irgendwie übernimmt er das nicht. So. Ab geht's zu Roman. Das ist der Stuhl! Nice! Bester Sender bisher. Das ist der Stuhl! 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 Ein bisschen sieht man die Modifikationen schon. Ich kann auch nachher noch mal ein, zwei Features zeigen, die es vorher nicht gab. Psst! Nico! Oh, Roman! Was machst du in der Stuhl, Mann? Ah, der hier? Was sprachst du? Geh raus, Mann! Ich bin erschrocken, Mann! Ich bin erschrocken! Ich habe das! Ich habe das! Aber es ist doch schon einer. Ah, was für ein Pech! Ja, okay. Ah! Ich dachte kurz, ich warte auf den anderen. Und klaue dann sein Auto, wenn er aussteigt. Aber da kam direkt der Nächste. Danke, Voodoo Smudu! Ja, komm. Ihr sollt aussteigen. Hat das Ding gar kein Radio? Das hier hat kein Radio. Ich glaube es nicht. So habe ich das gern. Ich höre die Polizei. Was jetzt? Die Vans ist driving around Southbroker. Ruhig es um. Take it to our last of our cruise drive. Be more specific. How many Vans do you think there are in Southbroker? That's the problem for you and your cousins. Habe mich. Keep pulling Vans over until you find the TV. Goodbye. So, finde die Vans und wicke sie raus. Das machen wir schnell. Jetzt habe ich extra die Musik ausgetauscht. Und jetzt hören wir davon gar nichts. Aber das ist vielleicht ganz gut. Nächste Mission dann. Offensichtlich Polizist. Falsches Auto, ne? Okay, wir haben noch zwei weitere Vans. Hallo? Es ist wirklich schwer, ohne Crash im GTA 4 auch nur von A nach B zu kommen. Eine sehr realistische Großstadterfahrung. Möp, möp. Komm her! Möp, möp. Komm her wirklich schnell, Sch***head. Ich will keine Probleme, Junge. Schau mir, du hast keine Flatscreen in der Back. Du wirst zufrieden. Fah! Nichts. War doch klar, dass der Dritte ist. Ist immer der Dritte. Wenn ich ein Spiel entwickeln würde, würde ich mal sagen, okay, dieses Mal ist es der Zweite. Oder der Vierte. Oder sowas wie der Achtzehnte. Oder gleich Full Stephen King und dann sind es halt genau 19. Aber einfach mal was anderes als die Rule of Three, würde mich erfreuen. Ich brauche jetzt! Ja? Ach, zum Glück haben die mich nicht aussteigen sehen. Get the fuck out of here! You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Are you carrying a shipping of TVs? This is a big screw up. You ain't taking these. Ain't gonna break me off. Oh oh! Haha! Ach, das war ja... Entschuldigung, ich dachte gerade für eine Sekunde, das wäre der Polizei... Äh, wäre die Polizei. Aber nein, das war nur mein Polizeiwagen. Ja, oh, da kommt schon der nächste. Das lassen wir einfach mal ganz schnell alles hier so stehen. Und auch hier wieder wichtig, dass wir die... Alter, es tut mir aber auch leid heute hier. Wir müssen die Musik ändern. Und dann... So. Was für ein Stück dach zu legen. Oh, das ist vom Sitzen, ne? Ja, Scream, äh, Steam Overlay aktivieren und Screenshot-Taste belegen. Also Steam Overlay aktivieren habe ich hingekriegt, aber was ich nicht gefunden habe, war die Option, die Screenshot-Taste belegen. Weil ich gar nicht weiß, welche das sein soll. Also es gibt eine... Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, alle Buttons zu belegen, ja, nachdem man das aktiviert hat. Er erkennt auch den Controller als, äh, Xbox-PC, hier, weiß ich nicht, 360 oder was das ist. Oder One, ist ja ein One-Controller. Aber nirgendwo kann man auf Screenshot umstellen, oder? Ja, ich muss es mir nochmal genauer angucken. Sonst habe ich aber heute in mühsamer Kleinarbeit alles andere hingekriegt. Ich hab nichts gesehen, man! Das ist ein Van, der ist mega schwer und groß! Wenn wir es nicht sehen, ist es nicht passiert. Oh ja, ein weiterer Track von Trant, einem aufstrebenden jungen Künstler. Aus der Game-1-Game-2-Riege. Nur knackige zwölf, zwanzig Jahre alt, die Tracks, glaube ich. Ich habe den Van, was du sagen willst. Wie ist Roman? Ich will das, dass es wirklich schuldig wird. Nein, 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 nicht mich! Man kann ihn nämlich sich angucken, und dann kann man sie grüßen. Ja, das geht nicht. Aber eine Sache, die geht, ist N. Für antagonize. Deine Mutter war richtig. Du bist pathetisch. Okay, der lässt sich nicht provozieren. Das ist pathetisch, John. Jetzt hat er Angst vor meinem Handy klingeln. Oh nein, ich bin aufgeregt! Ja, also interessant. Du bist nicht aufgekreuzt, bla bla bla. Ich hoffe, du bist okay. Die kann sich ruhig mal ein bisschen Sorgen machen. Um uns. Ups. Wie kann man hier Optionen löschen? Ja, die regt sich die ganze Zeit auf. Was soll das denn? Ich habe nicht immer Zeit für dich, Mädel. So, ich will ja eigentlich zu Roman. Der hat mich ja gerade angerufen, aber... Naja. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht nochmal passiert. Ich ruf ihn gleich mal an. So. Ne. Wie kann ich hier ins Menü kommen? Wisst ihr das zufällig? Wie kann ich aufm... Äh, hier vielleicht? Ne. Wie komme ich hier in dem Menü? Mann, ist das nervig. Wie komme ich da zurück? Zur Auswahl. Ne. Also wenn nach oben komme ich zu den Buttons. Links, rechts macht gar nichts. Ich will ja eigentlich nur anrufen. M vielleicht? Ne, auch nicht. Und wenn es jemand weiß, sagt es Bescheid. Ansonsten... Fahr ich jetzt erstmal manuell... ...nach Hause. Vielleicht ruft er ja gleich nochmal an. Linke Maustaste? Ja, ihr habt recht. Geil. Okay, super. Das war gerade Dimitri, oder? Ja? Ne, er ist es nicht. Ne. Ich ruf mal Roman an. Und er war in einem Doktor, der war schrecklich. Und in einem Basement waren wir knappe beobachten. Ich bin bereit. Du klingst eigentlich. Ein Dimitri-Gang gab mir einige Fass-Käler. Ich bin ein bisschen aus. Wenn du da bist, kannst du mir ein Kind für mich? Bis bald. Ja, der wurde im Keller von jemandem zusammengehalten. Oder festgehalten, kann man eigentlich sagen. Und auch zusammenge... zusammengeklebt. Äh, angeschossen. Und das alles nur, weil er halt so ein Feigling ist. Ein frecher Feigling. Oh, Leute, Leute. Hier, Independence. Hier unter Palmen, das ist meine Wund. Hier unter Palmen, das ist meine Wund. Hier unter Palmen, das ist meine Wund. Scheiß drauf, will du. Scheiß drauf, will du. Ich bin Herr Scherpen, Mitte und Meer. Meine Inseln, die geht nicht weg. Hier unter Palmen, das ist meine Wund. Jeden, der anders denkt, schieß ich kaputt. Scheiß drauf, will du. Ich will Plantagen. Damit kann ich meine Autos bezahlen. Flugschrauber, Boote, Flugzeuge, Raketen. Damit kann ich jede Bitch flachlegen. Jede Bitch flachlegen. Was für ein Scheiß-Track. Okay, komm. Ja, ich spiele mit Mods. Mit diversen. Hey, Nico. Hey. Komm in. Thank you. 對 auf differenziert. Das Lawrence. Das Getäusche. Werden Gott. Das ist eine gute Liebe. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Babichit? Always so fucked up on painkillers. You don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now, if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square. Or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You, be careful. I'm getting crazy. Einmal einen normalen Chef haben in GTA. Die sind immer alle verrückt. Keiner ist normal. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with, if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov. My fucking way! Get out of my side! Get out of my side! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I'm saying get out of my side! Okay, Dimitri muss dringen zum Sexshop. Ich hoffe, dir gefällt der Radiosender. Wir werden noch viel von ihm hören. This guy has been making porn now in his basement. And he didn't cut Michael in. At least he could have done it and send over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Michael said. And try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Michael that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Ah, genau jetzt. Things got to him. I hope it don't get to me. Das ist auch ziemlich cool. Ich frage mich immer, wie viele Fotos und Scouting-Abende die Entwickler gemacht haben. Oder ob die das einfach sich alles ausgedacht haben, weil man ja grob weiß, wie sowas aussieht. Oder ob sie wirklich irgendwo hingegangen sind und sich so ein paar Impressionen vielleicht auch schon geholt haben. Aber das ist so ein Klassischer. Auch in Hamburg gibt es genau diese klassischen Kellerlöcher. Wo ist dein Boss? Was heißt, er ist, er... In der dritte? Nein, 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 er ist... Better nicht filmen. Nein, sie sind nur ein Gespräch, ich versuche. Geh aus dem Weg! Fuck! You see? Sie sehen, sie nicht mehr so wie das. Das ist eine Vintage-Busch. Wenn es nicht für das, würde ich sagen, das nicht wertvolle Transferring der DVD. Hey, Joseph! Sie denken, Sie können expandieren Ihre Interesse, machen diese Pornos und verkaufen sie? Dann werden wir alle wissen, ob es, eh? Wir waren einfach bis die Books geöffnet, die Ende der Finanzierung. Dann werden wir ja auch geöffnet werden. Ihre Books sind geöffnet bis Sie die Pornos und die Pornos sind geöffnet. Nico, take das und cover Joseph. Wir haben nicht das viel Geld gemacht. Das ist eine Wahrheit. Listen, Big Guy, Sie haben eine großartige Verlust, sehr stark. Wir können Sie in einer unserer Filme machen. Shoot das Scum-Bag in die Legge. Okay. Ja, zeig erst mal, warum du so besonders bist. Was ist denn? Ja, zeig! Ich hab gesagt, zeig! Zeig! Okay, du kannst durch einen Knieschuss sterben. Da hab ich jetzt nicht mit gerechnet, da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Uiuiuiuiui, da ist aber hier das volle Cancel-Programm auf Twitch. Das geht noch, oder? Vielleicht ein ganz gutes GIF, wenn irgendwie einer abonniert oder so. Also das hier ist der verbotene Laden. Hier darf man sich das gar nicht genauer angucken. Da sind zum Glück aber auch überall Sternchen drauf. Knies, please. Okay, ich muss sagen, die Texte gefallen mir sehr gut. Äh, give me your cream cannon. GIF... Äh, macht Bock mit Dimitri. Aber gute Aufgaben hier zu tun. Das ist, ey, die Autos hier. Einmal kurz die Handbremse angetippt. Und jetzt wissen Sie, woher zu kommen, für sich selbst zu kommen. Was ist das Problem? Michael, ich weiß, dass du das nicht im Grunde genommen hast. Alles in Ordnung. Ich habe nicht zuerst gesperrt, Josef. Wir werden mit ihm ein Geld machen, wenn er alive ist. Michael, Michael! Fuck! Du bist glücklich. Robin, versucht nicht, dass du jemanden alle zwei Sekunden zu töten. Und kurz mal reflektieren kann und genießen kann, wie toll dieser Autosimulator des Spiels auch funktioniert. Da muss ich echt sagen, da hätte mir was gefehlt. Es sind halt leider nur 14 Tracks und die Hälfte davon sind Stuhl-Tracks. Aber da sind auch noch ein paar Überraschungen dabei. Ich habe überall das Gamescom-Radio gesucht. Da hatte ich mal einen Ordner mit all den Tracks von unserem Gamescom-Radio bei Rocket Beans. Das war ziemlich cool, aber ich habe sie jetzt nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Okay, einkaufen. Ich verstehe. Eigentlich hätte ich gerne mal hier so ein Ding. Bald verfügbar. Scheiße. Habt ihr überhaupt irgendwas? Na gut, komm. Ich bin ein Räuber. Ich bin ein Räuber. Ich bin ein Räuber. Ich bin ein Räuber. Drei uns zu Mr. Faustin. So, you and Mr. Faustin, have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Michael was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Michael's basement? He was always loyal. He was a good worker. I guess that, that, is why we need your help. Reminds Faustin of that. Maybe Danny will not try to kill me. Das Autofahren macht mich hier echt fertig. Es ist auf der einen Seite echt geil, aber man muss es wirklich lernen. Man denkt immer, die Kurven kann man nehmen, aber es trägt einen einfach fast jedes Mal raus und auch egal welches Auto. Okay, ich werde in Zukunft mal versuchen, irgendwie besser um die Kurven zu kommen. Das ist jetzt meine Aufgabe für diese Runde. Wir kamen mit einem frischen Auto und gehen mit einer Schrotthaube. Hm, ich würde eigentlich gerne zu ihm, aber ne, ich sehe schon, das geht gar nicht. Little Jacob kommt uns dazwischen. Mit Real Badman. Okay, komm, machen wir. Okay, dann fahren wir da einfach hin. Oh, vielleicht sollte ich den mir holen. Das sieht aus wie ein gutes Auto. Da ist die amerikanische Flagge drauf. Das Auto ist zehnmal so groß wie der Typ, der es fährt. Da kann mir eigentlich keiner was. Au, au. Tja, es sei denn, jemand zerrt dich aus deinem Auto. Raus. Und trotzdem hält mich ein simples, äh, eine simple kleine Metallstange auf. Nicht sehr amerikanisch von dir. Au, hier ist das. Okay, da muss ich drum rumfahren. Ich fände es auch besser, wenn die Cops wirklich auch reagieren würden, wenn man irgendwen rammt in ihrem Sichtradius. Das fände ich nur fair. Die sind doch suspekt, oder? Wie die hier parken. Die haben doch irgendwas vor. Kann man doch keiner erzählen, dass hier nicht irgendwelche fadenscheinigen Deals laufen. Wenn ich den jetzt abknallen würde, würde ich dann gesehen werden? Würde es Ärger geben? Also ich meine, wenn es niemand sieht? Das würde mich schon interessieren, im Echt zu sein. Ich provoziere den erstmal. Ich glaube, das ist erstmal besser. Ich gehe erstmal hoch. Wundere mich, warum bist du hier? Kann man da auch rein? Nee. Okay. Nee. Ups, das will ich nicht. Da. Da. Du bist pathetisch. Hey, Scheiße. Du magst Prison-Food? Hey, du hast Prison-B***s geschrieben, all over you. Keep taking the medication. You know, I love to beat civilians. I'm gonna give you a beatdown. Er macht's aber nicht. Er ist nur ein Droher. Kein, kein Macher. Je ben o isto. I need an arrest today. So watch it. Boche, timoradamoresis sebe. Me and you in a dark cell. What do you say? Ja gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als ob er da groß was gegen hat. Okay, aber man ist direkt, man wird direkt erwischt. Das habe ich jetzt natürlich nicht kommen sehen. Das hier sofort. Wo kommst du denn her? War es ein Helikopter direkt? Das ist ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als ich erwartet habe. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenigstens haben wir jetzt was zu tun. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Das ist ein ganz schön dicker Fahndungsring. Nee, nee, den Song muss ich ändern. So. Okay, jetzt bin ich wieder frei. Ey, die Reifen sind wie Gummi. Also klar, die sind ja auch aus Gummi. Aber die sind so ein bisschen, als wäre sie Hartgummi. Ohne Luft. Wie das Ding wackelt. Aber fühlt sich auch irgendwie cool an. Weil man schon merkt, dass dann der Unterschied ist zwischen den jeweiligen Fahrzeugen. Wir können hier auch mit der Kamera gar nichts ändern. Dann seht ihr, ich kann hier gar nicht so richtig... Er will immer hinter ihm bleiben. Interessant. Okay, oh, da war ja schon ein LJ. Komm, den nehmen wir jetzt. Der ist eine bessere Karre. Allein schon wegen dem Rennstreifen. Wenn ich gedrückt halte, ich dachte, es gibt auch zwei Methoden, um einzubrechen bei den Autos. Man kann das auch knacken. Lustig, glaube ich habe irgendwie die Kamera fixiert. Würde ich gerne mal raffen, wie das geht. Ich habe irgendwie die Kamera fixiert hinter dem Auto. Hey! Hey, boy, don't move, don't move. What the fuck, are you kidding me? Oh, where you come from? Oh, you? Hey, man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, was go on doing this up? Some boy does not beat off the door. Some boy does not call himself Nico, say he wants to see a road boy. Nico? I'm a boy that Batman, man. Yo, free up the boy, man, yo. You a boy that? Yeah. Sure, come on, yo. Come upstairs, go talk to the J4 and thing, man. I wanna control the taxi. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, nee. Ich kann nur nach hinten stellen. Vorne. Auch nicht schlecht. Vielleicht muss ich noch mal gucken, ob ich eine freie Cam irgendwo finde. Das ist gar nicht so verkehrt. Oh, ich wollte... Man kann mir der Maus auch lenken. Okay. Also Maus lenken muss ich irgendwie ausstellen. Maussteuerung. Das war ja schön. Noch mit der Ego-Perspektive. Das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. So. Gerade noch mal gucken. Geht's jetzt wieder? Ja. Das hat geholfen. Du trinkst Bier. Ich trinke Bier. Du trinkst Bier. Trink ein Bier. Wer zu viel? Nein! Ich wollte natürlich rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Pürer-Tür öffnen. What's the difference? Was haben wir noch? Ah, okay. Das sind... Nee, der ist okay. Mann, er schaltet echt immer wieder gerne um auf diese eine Sicht. Mit der sehe ich doch nichts. Auch gar nicht so schlecht hier. Ja, kann man mal ausprobieren. Ist nicht einfach, aber es geht. Oh, ich eier ein bisschen, oder? Dann seht ihr ein bisschen linksdrall. Also ich muss echt... Ups, nee. Echt mal gucken. So, ne? Besser. Endlich. Endlich. Motherfucker. Den verfolge ich jetzt. Das ist ja wie Shenmue hier. Das ist ja. Das ist ja so. 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 Schade, ich muss auch raus. Ich bin leider schon da. Aber es war ganz gut, so lange es dauerte. Was ist das? Konzl. Teater. Dmitry, Dmitry, hey, hey, meet my girlfriend, Natasha. Oh, my pleasure. So nice to meet you. Little delicious, little kind. Mikhail. Hey, my brother and Nico. Good, sit down, have a drink. Move up, ladies, move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have virality, Katrina. Come on. Not that. Private. Private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. Keep it warm. I won't be too long. Okay. 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 I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke, but he didn't buy the pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. Hey. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. You. Kill him. Are you sure? Sure? No, I'm not. Right now, I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where you're thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You. You. Full your love. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. You live on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Michael, please don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. Shut the fuck up. Please don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play for the rules. I said stop. Haha. Der tut einem echt ein bisschen leid. Das gibt's in jeder Business-Beziehung. Der eine ist mutig und wahnsinnig. Und der andere ist praktisch und rational und denkt nach, bevor er Dinge macht. Ja. Nein, nein, nein. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Da ist auch nichts. Oh, jedes Mal dasselbe. Tut mir leid. Ich muss dann immer dafür sorgen, dass der Algorithmus nichts erkennt. Von dieser guten Musik. Das ist eine geile Kamera. Die mag ich gern. Oh nein. Okay. Niemand hat was gesehen. Ich glaub das kann man lernen, dass man mit dieser Optik fahren kann. Also mit diesen wechselnden Kameraperspektiven und so. Das find ich eigentlich ganz geil. Ich weiß, das ist irgendwie total bescheuert. Aber ich mag das Filmische daran und die umschaltenden Kameraperspektiven. Ich fand damals auch bei Gran Turismo, als es ganz neu war, hab sogar ich mir das geholt, weil ich diese Replays so cool fand. Weil sie da ja nochmal hochauflösendere Modelle hatten. Und das sah irgendwie einfach total geil und echt aus. Ist natürlich heute lächerlich, aber... Mann, ständig muss ich über diese blöde Brücke fahren. Ah ok, das war dumm. Da hab ich aber auch wirklich nichts gesehen. Und dann hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Es ist ziemlich genau auch so, wenn ich Auto fahre, muss ich wirklich sagen. Nur, dass ich schneller weg bin. Au. Ich zahl keine Maut. Shit. Diese komplette Ignoranz gegenüber der Polizei, das bringt den Leuten doch einfach nur Respektlosigkeiten vor der Polizei bei, oder? Das kann doch nicht gut für die Gesellschaft sein. Nein. Ich habe nie meine Meinung geändert. Ich habe gehört, er ist an der Guantanamo Avenue Station. Geht auf die Plattform. Geht davon aus. Was ist das, was ist das? Schau mal mit mir! Für das letzte Mal! Entschuldigung! Komm schon! Start! Dieses Gesicht ist mein Leben! Ok? Jetzt ist das Auto kaputt. Einmal zu viel gedrückt. Aber guckt euch das mal an, dass hier für ein Stau herrscht. Da kann man doch nur wütend werden. Komm schon! Ich habe dich für einen Stau herrscht! Okay, Bobby! Hast du die Story von GTA 4 damals nie zu Ende gespielt? Doch, klar! Das habe ich auf jeden Fall zu Ende gespielt. Ich glaube, damals habe ich den Beitrag für Game 1 auch gemacht. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich fand es richtig toll, richtig nice. Hat mir sehr gefallen. Ich sage mal so, das Ende fand ich ein bisschen gerusht und nicht ganz so spektakulär. Aber es hat auf jeden Fall... Oh geil! Will ich haben. Aber es hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. So, jetzt muss ich gleich nochmal... Raus. Vielleicht nochmal die Musik ändern. Aber erstmal flüchten. Und ich habe immer noch keinen Hotdog-Laden gefunden. Nichts zum Essen. Oh man, das ist aber wirklich Seifen-Modus. So. Jetzt erledigen wir die Mission. Endlich. Ach ja, der Regen soll auch besser sein jetzt. Ich habe mir eine Mod geholt dafür. Kann ich jetzt aber schwer abschätzen. Könnt ihr ja mal im Chat sagen, ob ihr das so seht. Dass dieser Regen besser aussieht als der Vanilla Regen. Regen. Ihr könnt euch ja mal regen im Chat. Alter, schon wieder so eine fucking Auffahrt. Ach ne, doch nicht. Ich dachte schon gerade. Ich muss wieder über die Brücke. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Gibt es eigentlich eine GTA 4 VR Mod? Die würde ich auch mal ausprobieren. Die ist bestimmt lustig. Ich wette, es gibt eine für GTA 5. Das wäre eigentlich nur gerecht. Es gibt ja alles als VR Mod, wenn man nur lang genug wartet und gut genug sucht. Ich glaube, ich muss Bahn fahren, oder? Ich glaube, ich muss Bahn fahren, oder? Es ist nicht GTA in der Vanilla Version. Nein. Es sind 10 Mods ungefähr habe ich drauf gehauen. Also als Mod-Paket. Ich bin Faustin. 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 Der eine wird von der S-Bahn überfahren und ich werde mit einem Schuss niedergestreckt, weil ich keinen Hotdog gefunden habe. Äh, man will die Geheimratsecken von Nico sehen. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen authentischer. Wo ist denn meine, genau, wo ist denn meine Sonnenbrille, die ich gekauft habe? Speichern. Ehe und Kleidung zu wechseln. Okay. Habe ich keine? Ich habe doch eine. Da. Okay. Soll ich doch. Gleich viel besser. So, ich hatte gehofft, dass ich jetzt wieder volle Energie habe, aber nein. Und vielleicht habe ich ja hier... Nee, auch nicht. Ich kann die also auch nicht einfach neu machen. Ich muss aber nochmal hin. Komm, wir gehen mit Roman was essen. Weil ich brauche eh was zu essen. Können wir das gleich mit ihm machen. Zdravo. Willst du gehen und etwas Essen holen? Ich habe Hunger, Kumpel. Komm, hol mich nächste Stunde. Wir sehen uns. Was ist passiert? Ich brauche meine Fixie. Oh, wo bin ich? Wenn ich dich finde... Wenn ich dich... Ich bin... Jetzt verstehe ich. Bei Unfällen, die Brille ist weggefallen. Die Brille. Ah, okay. Weiter reden. Immer ganz viel reden. Und schnell umstellen auf Independence. Es ist ein bisschen zu leise, looten und leveln. Ich bin schon wieder. Niko, du wissen nicht wie großartig es ist zu haben hier mit mir. Vorher ihr da in Liberty City, Dinge waren sehr schlecht. Ich weiß noch nicht wie die E-Mails you senden. Du musst mir erzählen, wie es da sind in diesem Lande sind. Okay. Dinge sind nicht einfach für uns hier, aber zusammen wir sind gut. Amerika ist eine Chance für ein New Beginn. Du warst wieder. There is no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping into pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like ripe brown American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money. Chances to get... Der Roman hat das Leben verstanden. I heard that. I haven't forgotten our language completely. Okay, we can fill up with good American food. I am in the mood for a hormone and chemical hit. E-Nummern-Scheiß. Das ist auch schön übersetzt. Das war schnell, Nico. Ich glaube, du wolltest nicht sitzen und konversieren mit deinem Haus. Danke dir in advance, für mich nach Hause. Lass uns jetzt gehen. Ja, theoretisch können wir auch noch eine von drei Aktivitäten mit ihm machen. Ich überlege gerade, ob man... Was könnte ich denn machen, was ich jetzt noch nicht freigeschaltet habe? Man könnte hier... Ah ja, wir können Cocktail trinken. In die Bar gehen oder Bowling. Bowling habe ich überhaupt keinen Bock. Aber Bar ist gut. In Comedy Club würde ich gerne. Das machen wir nächstes Mal. Okay, jetzt wird gesprungen. Geronimo! Ohh! Oh oh! Kann passieren. ich werde beim nächsten mal den song noch mal lauter in den mp3-Player hauen ich habe das Spaß gemacht, wir müssen es bald wieder machen ja, Zeitlupe voll, 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 wenig Action, voll langweilig ok es ist einfach nicht möglich ich brauche so ein Bild im Bild so ein kleines Bild im Bild, wo man zumindest eine First Person hat jetzt muss ich die noch mal machen, ne aber das habt ihr ja gesehen, da ist ja auch irgendwas richtig massiv schief gegangen eben wir machen die noch mal und gucken, ob es jetzt besser geht Alter, drei Leute drin und trotzdem lassen sie sich das Auto unterm Arsch wegklauen so, den Typen nehme ich mit da habe ich Bock drauf Scheiße schade ich hätte ihn gerne mitgenommen ah ok, wieder die Musik ah shit man gewöhnt sich so schnell an die Musik die da einfach immer läuft so und ich werde es noch einmal einstellen es macht mich wirklich wahnsinnig hier Independence ist an also immer an bitte warum geht das nicht? hm ich habe übrigens nach der Schaukel geschaut ihr habt ja alle immer erzählt es gibt hier so eine physikalisch sehr inkorrekte Superschaukel und ich habe die Videos alle gesehen und sollten wir die Schaukel jemals finden dann werden wir das natürlich auch direkt machen man kann sich mit der wohl sehr weit weg katapultieren ich bin gespannt ob ich es hinkriege 's so 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 Ah, wenn das mit den Mautzahlen nicht so lange dauern würde, ne? Aber man kann es ja mal machen, komm. Ach komm, nur weil ich doppelt... Ich habe natürlich ihn zahlen lassen, aber es wurde doch gezahlt. Mr. Faustin, willst du das aufrufen? Nein, ich habe nie meine Meinung geändert. Ich habe gehört, dass es eine Wunderland-Ammo-Arministration geht auf die Plattform und rauskommt von diesem Freund. Schau mit mir, für das letzte Mal! Ich bräuchte diese Batman-Seile, die er aus der Seite rausschießen kann. Sowas bräuchte ich, um die Kurven zu kommen. Wobei, ich wette, es gibt ein Batmobile, ne? Wenn ich jetzt danach suche, finde ich garantiert ein Batmobile für GTA 4. Das ist dann ein Not-Bat-Mobil. Achtung! Lass mich durch! Ich bin schon wieder in die Ecke gelaufen, ey! Was hat diese Ecke da an sich? Was liegt da unten eigentlich rum? Ah, das ist der Ärger. Ja, okay. Die lassen sich nicht so leicht provozieren, habe ich gemerkt. Sorry, jetzt aber. Ja, dann würde ich mal hoffen, dass das jetzt besser klappt. Ich drücke mal Y. Mache ich gleich. Hey, Lani. Michael Faustin nicht mehr so leid. Es ist nichts Personal. Faustin ist kein jemandem. Fuck off! Es ist genug für jemanden, um dich zu verletzten. Das ist ganz lustig, wie die alle abhauen. Haben alle gleichzeitig Panik bekommen. Und der andere Dude, ach, der ist hier oder was? Mann, ich dachte, den hat das, äh, die S-Bahn erwischt. Da läuft er in Ruhe. Als wäre nichts passiert. Direkt neben mein Fluchtauto. Nein! Ja, Mann. So läuft das hier. In Kretschmer Town. Schade, ich hätte das Auto eigentlich gerne ganz gehabt. Oh. Natürlich wieder die Musik. Ah. Ah, das geht noch. Die Felden gehen noch. Aber ihr seht, ich habe die Reifen kaputt geschossen. Und, äh, ja. Es hat mir erst geholfen, jetzt geschadet. Aber es geht trotzdem. Hehehe. Nein! Hauptsache nicht die Polizei. So, und dann zahle ich. Okay, hier, hier zahle ich schon mal nicht. Er fahr schon! Okay, irgendwie wollen die nicht. So vielleicht. Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag. All right, mein Mann, Niko. Wie geht's? Okay. Hey, du und Batman gott any more work you need help with? The funny thing is the reason I told my brother. Batman is right, what you do is fine. You want to know if you want to leave with some fuckers around town some various people I've seen and it's been they're calling in half for you, you know? That's what we're doing? Wicked, man. Go ahead and start when you're ready for this first run. Erschwerte Bedingungen. Ich habe fast das Gefühl, dass die Kurvenlage von dem Ding jetzt besser ist als vorher. Aber es ist ein tolles Auto. So, jetzt nur nicht auffallen. Okay, es geht nicht. Spätestens hier ist vorbei. Ah, das ganze Auto. Ne, geht noch. Fast fertig. Fast kaputt. Die neuen modischen Autos, ey. Die halten aber auch nichts aus. Gerade noch so hingeschafft zum Paint Spray. und hoffentlich reparieren die mir das Ding auch. Nico, als du mein Cousin, ich will, dass du das Familie-Business wie du möchtest. Anytime you want, you call. Thank you, Cousin. That could be very useful. Oh, aufs Haus. Das habe ich gern. Gut, 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 gut. So, jetzt will ich noch einmal schauen, wie ich das mit der Musik mache, warum jetzt die Musik schon wieder leise, wahrscheinlich, weil ich sie zu leise gemacht habe. Ja, komm. Wir müssen einfach beim nächsten Mal schnell umschalten ins Menü und dann die Sender wechseln, sonst kriege ich, wie gesagt, Ärger. Gehen wir erst zu Frank oder zu Roman. Komm, wir gehen erst mal zu Roman. Ha! Du bist aber wirklich sowas von auf meine, meine Motorhaube gesprungen. Die wollte bestimmt die Versicherung getrüben. Ganz alter Trick. Der auch. Der auch. Die ganze Stadt voller Versicherungsbetrüger. Geil, Brucey. Einer der besten Charaktere. Quasi eine Parodie, bevor es Andrew Tate überhaupt gab, über den Alpha-Mann. Wir machen dark deeds. Wir sind beide Spieler, mein Freund. Spieler. VIP. Für real. Classy. Aber auch sexy. Das ist wie ich meine Frauen. Ich arbeite, also sie auch. Ja. Was er spricht? Brucey ist ein Traum. Er versteht meine Vision. Oh, so er ist ein Idiot. Hey! Screw you! Listen, Mann. Du solltest versuchen zu gehen online. Ich weiß, wie gehen online. Ich habe es nicht hier gemacht. Of course. Technophobe. Ludite. Wir müssen dich online holen. Es ist ein Weltkrieg. Es ist ein Weltkrieg. So wie? All kinds of Dinge. Yesterday, ich war online und ich habe ein Blog über Frauen, die nicht lieben, zu schäuern. Das ist ziemlich wichtig. Listen, ich versuchte Brucey, ich gehe mit ihm. Kannst du gehen und es schäuern? Uh, okay. Geh zu Twat. Ich habe eine von den PC. sie ist da. Eine schöne Frau erwartet dich. Ich bin froh, dass ich nicht e-mailen kann, deinen Cousin. Und die Familie stelle mir Informationen für dich. Brucey, stopp exercizieren. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP-Style. Come on! Ich mag auch, dass man immer dieses Serbisch dazwischen hat. Dass, wenn man irgendwo reingeht, dass dann direkt der nächste Track oder Radiosender in diesem Fall kommt. Gut zu wissen. Ich warte erst mal, bis die alle weg sind. Wie kann ich bereit sein, du schaffst, mit diesem Bussin? Da. Genau. Falls ihr euch wundert, was das für ein Track ist, das ist übrigens der Track von meinem Game1-Podcast. Also da habe ich ein kleines Schnippel nur draus genommen, aber das auch von ChickenwingJoe, der ja meinen Stuhlsong und den Biersong gemacht hat, falls ihr euch fragt. Ah, okay. Das ist ja nix. Hat der da gerade mit dem Schraubendreher, Schraubenzieher Schlüssel, Schraubenschlüssel, irgendwas gemacht? An der Lampe da? Das ist, glaube ich, auch eine Motte, oder? Das ist nicht normal. Entschuldigung! Hey da, mein Name ist Nico. Mein Kusin, er sagte mir, hierher zu kommen. Romain, er hat mich über dich gesprochen. Er ist so lustig. Ich habe dich auf dem Computer schon gestellt. Es ist einfach. Egal welches, oder? Okay? Egal welches, oder? Ich habe hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich habe keine Zeit für Spielchen. Wenn ich im Büro bin, strenge ich mich an und versuche, jeden Augenblick optimal zu nutzen. Und für meine Freizeit gilt dasselbe. Ich glaube, dass eine Beziehung wie alles im Leben immer besser wird, wenn man daran arbeitet. Steht auf. Harte Arbeit und ordentlich Spaß. Frische Luft, Softball im Park, Basketball, Golf. An den Strand gehen. Ein Mann, der sich nicht von einer Frau einschüchtern lässt, die weiß, was sie will und wie sie es kriegt. Und zwar sowohl bei der Arbeit als auch im Schlafzimmer. Steht nicht auf Zeitverschwendung. Darauf zu warten, Essen serviert zu bekommen, wenn man es auch in der Theke essen kann. Okay. Also das ist so ein kleiner, kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass sie lieber in einen Burgerladen gehen würde als in ein Restaurant. Leute, die dank Drogen und Alkohol soweit verblöden, dass sie das Erlebnis nicht mehr genießen können. Also auch kein Alkohol mit ihr. Also keine Bar. Da gehen wir mit ihr aus und zeigen ihr eine gute Zeit. Danke, Cousin. Ich sehe dich wieder, Roman. Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist der Stuhl gelandet. Oh, das ist der Stuhl. Das ist so weird. Es sind so viele komische Belegungen hier und so viele kleine Problemchen, dass das echt am PC kaum zu spielen ist, wenn ich ehrlich bin. Es geht, aber es ist wirklich so ein Ding jagt das nächste. Stimmig ist irgendwas. Okay, jetzt gehen wir zum nächsten Questmarker. Pet kann ich leider nicht nehmen, Leute, weil dann gibt es nämlich ein Ruckelproblem. Das ist auch bekannt, aber wurde nie gelöst. nicht komisch, ich kann irgendwie nicht. Vielleicht muss ich... Okay, ich probiere... Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Problem ist durch die Mods, die ich installiert habe. Ey, was... Was ist denn dein Problem? Du trägst gleich das, was du auf deinem Pulli hast unter dem Pulli, wenn ich mit dir fertig bin. Okay, wir versuchen es mal hiermit, ob ich jetzt in ein neues Auto reingehen kann. Dann gucke ich einmal in den Chat und schon ist das Auto weg, weil ich klauen wollte. Mal gucken, wie es hier ist. Nee. Und es hat sich auch leider nichts an dieser Musiknummer geändert mit dem Autoscan. Das ist echt komisch. So. Ja, dann fahre ich so. Es ist halt echt... Irgendwie immer was. Schön in die Gated Community rein. Ja, der hätte einen Job für mich. Ähm, nee, keine Zeit. Mann, ich kann nicht das jetzt machen. Komm, nein, kein Problem. Ich bin der Skarver, wenn du frei bist. Die Strecke, die Strecke, die Strecke, die Strecke, die Strecke, die Strecke, die Strecke. Ich bin der Musik, die Strecke und die Strecke. Die Strecke, die Strecke, die Strecke. Die Strecke, die Strecke, die Strecke. Ich werde dich in Hölle. Ich werde dich im Hals wieder gratuiten. Oh, Gott. Oh, ich bin eingefroren. I'm fucking angry. I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her! Yeah, yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out of control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a hole. Nico. She's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that bike and boyfriend. Get him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. 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 Der ist auf jeden Fall zunehmend instabil. Was ja so ein bisschen auch ein Markenzeichen ist von allen GTA-Spielen. Jemand hatte eine sehr gute Idee. Nämlich dieses Logo unten rechts. Ihr seht's jetzt da mit dem Lock. Das könnte sein, dass das von der Mod kommt. Und dass man das damit feststellen kann, diese Kameraperspektiven. Ich probiere mal alle Buttons aus. Ach du Scheiße. Was ist denn das jetzt? Ha. Das ist ja geil. Das ist ja die GTA Original Perspektive. Ah. Da. Wie lustig. Komm, das spielen wir auch mal so. Aber jetzt habe ich leider immer noch nicht rausgekriegt, wie man das Schloss entschließt. Hier unter Palmen, das ist meine Pull. Kein Gummi. Du hast keine Not. Scheiß doch auf Bildung. Ich will Plantagen. 20% auf mein Schweizer Bankkonto. Hier unter Palmen, das ist meine Pull. Das ist meine Pull. Das ist meine Pull. Unter Palmen. Ich stehe auf Looten und Leveln. Hier ist mir ein Lied darüber. Man sieht halt nix. Oder ist es nur Mist? Was selbst Mist halt mich nicht davon abzuschauen, was in der nächsten Kiste ist. Jofo! Ich kann einfach nicht resisten. Ich muss hier fahren. Ich muss hier fahren. Okay, ich muss die abstellen. Das ist ja völlig dämlich. Also mit L habe ich jetzt hier auch noch die Old School GTA 1 und 2 Perspektive. Leider immer noch keine Möglichkeit gefunden, das mit dem Auto umzustellen. Schon irgendwie bedenklich. Jetzt geht's. Ich sag's euch. Das ist irgendeine, irgendwelche Problemchen mit der Mod. Ja, das ist lustig, weil das natürlich die Gang ist, die man in der DLC hat. Lost in the Damned spielen kann. Und da kriegt man ein bisschen mehr mit von den Regeln der Biker Gangs. So, ich nehme an, den müssen wir umbringen. Was sonst? Äh, 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 auch hier wieder oben Stellerei. Zum Glück ist das Auto so laut. Dann hört man, äh, das Motorrad so laut, da hört man gar nichts von der Musik. Das war knapp. Das war Glück. Glück. Wir werden dir ein Buch erzählen. Wir werden dir ein Buch erzählen. Wir werden dir ein Buch erzählen. Für die anderen. Nachentg Device. Der Profen muss ein fucker, wenn er auch nicht eins insideится. atoriG fuhrt. Das macht die Geschwindigkeit, äh, äh. сыng, nicht rein. Oh ja! Dieser verdammt Douchbag denkt, er kann einen Mitglied der Verlust sagen, wer er kann und er kann nicht verdammt! Wir verdammten ihn! Das ist lustig! Wie schnell fahr ich? Ah ok! ... ... ... Das war lustig, war mal was anderes, jetzt werde ich auch den einen ihrer Bikes wegnehmen. Ich weiß nicht, wie glücklich deine Tochter wird. Ich weiss nicht, dass sie Glück ist. Ich weiss über Disziplin und Loyalität. Danke, Nico. Oh, es wird gefährlich schnell. Ah, ne, hier geht es nicht weiter. Okay. Wo ist... Okay, ich fahr falsch. Ein Analogstick wäre hier besser, ne, als AWS-D-Steuerung. Oder hier würde die Maus-Steuerung, die mich eben so bei den Autos gestört hat, würde hier wahrscheinlich sogar wirklich was bringen, weil dann könnte man ganz filigran, analog steuern. Oh shit, das war der falsche Weg. Schwaniboo! Schnell abgekürzt. Ja? Es ist nicht blöd, wenn es funktioniert. Ein bisschen besser bin ich mittlerweile geworden im Fahren. Ein kleines bisschen merkt man schon, finde ich. Aber Motorräder sind irgendwie auch einfacher. Hallo. Hallo. Uh, ist Michael home? Nein, er ist weg. Okay. Uh, should I wait outside? Nein, nein, komm in. Oh, danke. You're welcome. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Mikael doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians. Uncivilized. Like immigrants. Oh yeah? I know what you're thinking. I know what you're thinking. It is a bit funny coming from him. He did not used to be like this when we were young, at home. He was beautiful. He was beautiful. He was happy. He made me happy. But, um, then something changed. Years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me. That I did not see it in him. Or, I changed him. Life is complicated. I, I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people. Smuggled people. Sold people. Trailer quote here. Is im Trailer benutzt worden. Sehr gutes Gespräch bisher. After you walk into a village. And you see fifty children. All sitting neatly in a row. Against the church wall. Each with their throats cut. And their hands chopped off. You realize that the creature that could do this. Doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Harter talk here. Auf jeden Fall. What is that? I tell you one thing and you ignore me? You stupid bitch. Oh ho 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 ho. Niko Beric, baby. Go to see him. Hey, you too. Ah. What did you want? Oh, I want you to teach people to listen to me. You want him to get us the money? Fuck the money. Michael, please, calm down. We are already in a lot of trouble. Ich weiß nicht, ob ich alles mit Petrovik kann. Fuck him, und fuck you. Wer bist du, mein Vater? Geh die fucken aus meiner Haus. Michail! Geh raus! Also, was du willst? Dieser Prick, der mir Geld verdient, hat eine Garage in Chase Point. Ich möchte, dass du einen Auto holst. Und ihn zu ihm. Call me, wenn du den Auto holst. Es ist in Schottler auf Montauk Avenue. Geh. Geh raus! Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verdammt dieses Ort! Ein guter Zaun! Ein guter Zaun! Herr Faustin, ich habe den Job! Drei, geh nach dem Garage auf der Körner des Guantanamo und Windmill. Park in den Seiten. Klar, was ich versuchte? Wenn es in den Seiten gibt, fichere die Explosive. Es sollte gut blöde. Vielleicht bist du vorsichtig. Drei, geh nach vorne. Das ist ziemlich volatile. Explosive? WTF? Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Musik! Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich das einfache Menü mache nächstes Mal. Es sind aber auch verdammt viele Sender. Musik! Jawoll! Komm jetzt! Äh! Fast! Okay, diesmal nirgendwo an crashen. Wichtig! Wichtig! Alles, was ich heute war, einfach fluchter Drehstuhl! Na, Moment! Ja, so! So ist besser! Ganz vorsichtig! Oh, Moment, kurz mal gucken, muss ich eventuell... Ja, ne, ich muss hier geradeaus weiter. Die haben selbst alle keine Kühlung, ne? Die wollen alle direkt schnell durch. Und überholen sich schon, genau wie ich das auch immer gemacht habe. Nur bei mir gibt es immer Ärger mit der Polizei. Ah? Limousine kann ruhig auch mal doppelte Maut zahlen. Mancher Stuhl glatt. Ja, warte! Mancher Stuhl glatt. Mancher Stuhl glatt. Stuhl? Ja, und was für einen Stuhl dachten wir? Mancher Stuhl glatt. Ja, warte! Oh, wie kommen sie das denn, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich heute war... Den Song gibt's doch schon auf YouTube, lieber Schluckspecht. Frage ist eher, wird's denn nur jemals auf Spotify gehen? Ähm, wir arbeiten dran. Chicken Wing Joe hat das Projekt übernommen. Ja, erzähl mir von deinem Taxi. Oh. Okay. Okay. Äh, danke auch Shininio 94 und danke Vector. Kann ich da einfach durch? Ja. Ja. Oh, das war knapp. Habe ich eine blinkende Lampe am Heck? Und falls ja, was sagt die? Grün. Sieht doch eigentlich noch gut aus. Oder? Ah! Fahr nicht in mich rein! Das ist der Stuhl glatt! Ja, warte! Ich hab Stuhl! Ich zum Sitzel da! Mann, sehr Stuhl glatt! Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten, Ding! Mann, sehr Stuhl glatt! Ja, warte! Oh, noch mal im Sitzel, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Weltstuhl. Das ist der Stuhl glatt! Ja, warte! Ich hab Stuhl! Ich zum Sitzel da! Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten, Ding! Ja, warte! Ja, warte! Oh, noch mal im Sitzel, Ding! Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Weltstuhl! Ja, warte! Ja, warte! Ja, warte! Ja, warte! Geht's denn? Nee? Ach komm, echt, die letzten Zentimeter! Stuhl? 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 Mann, sehr Stuhl! Mann, sehr Stuhl! Mann, sehr Stuhl! Hä? Okay, ich muss hier im Auto! Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Lkw-Bombe! Hätte man auch noch ein paar Minuten warten können, bis ich vielleicht in einer sicheren Umgebung bin, wo man nicht alles mit mir in Verbindung bringt! Ich finde aber trotzdem, ich sollte mir das nochmal angucken! Was genau da jetzt passiert! Was? Alles, was ist denn? Alles, was ist denn? Nein, Herr Petrovic! Das war definitiv nicht ein Verfluchter! Alles, was ist denn? Mein gesamtes fucking Geschäft! Das finde ich lustig! Das finde ich lustig, dass man noch hört, wie er am Telefon darüber meckert, dass sein Geschäft im Arsch ist jetzt! Komm, dafür sag ich dir was Gutes! Oh, geht nicht! Kann er jetzt nicht! Was? Oh, shit! Puh! Ganz wichtig! Maut zahlen! Puh! Puh! Vielen Dank! Das sind viele, viele! Das sind alles, was ich da tun kann! Puh! Gutes! Ganz wichtig! Maut zahlen! Dankeschön! Ah, ist das schön, oder? Am Morgengrauen mit dem geklauten Feuerwehrfahrzeug Oh, geil! Die Autos abspritzen Roman, ich habe keine Zeit! Ich muss zu G1 nach Hamburg Ne, G7, ne? G7 in Hamburg Am 1. Mai Da wollte ich hin Wollen wir mal gucken, ob ich hier mit entkommen kann Brucie ist auch jetzt auf der Karte erschienen Das ist super nice, weil der ist ein sehr unterhaltsamer Auftraggeber Ne, genau jetzt wollte ich das, wollte ich dich da haben Kriegt das gar nix? Kann man nicht, ne? Ne, das macht überhaupt keinen Schaden Hast du irgendwelche Mods drauf? Ja, einige Mods habe ich drauf Keine Sorge So sieht das im Original Nicht ganz aus, aber ich muss sagen Es sah trotzdem im Original auch sehr schön aus Okay, das wollte ich Weil so kann ich versuchen abzukürzen Aber es ist einfach ein scheiß lahmes Gefährt, was ich hier habe Kann man nicht viel mitmachen Jetzt vielleicht Wenn ich jetzt einfach straight geradeaus und dann links Knapp Es, es will nicht sein Es soll nicht sein Shit Und wenn ich vielleicht Okay, ich habe eine Idee Ich blockiere den Weg für die Autos Und dann haue ich ab So, dein Auto will ich haben Du hältst zumindest mal ein paar Schüsse aus Ach, ne Vielleicht wenn ich mit dem Ding hier ins Wasser springe. Ich schaffe es. Holt nicht die Boote. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Simon, erinnerst du dich noch an den Giga Roadtrip? Natürlich. Ah, da komme ich nicht hoch, ne? Ah, schade. Natürlich, das war sehr schön. Da sind wir mit dem Giga Truck durch alle größeren deutschen Städte gefahren. Und haben da eine kleine Show abgeliefert. Das war ganz lustig. Haben eigentlich das normale Giga Games plus eine Pre-Show gemacht. Aber eben vom Truck aus live gesendet in verschiedenen Städten. Oberhausen, Stuttgart, Hamburg, Berlin. Ja, mehr weiß ich gerade nicht. Frankfurt? Ich weiß es nicht. Und ich weiß noch, dass ich da die Idee hatte für Ede. Weil der durfte nicht dabei sein. Der hatte gerade irgendwie Beef mit dem Chef oder so. Und dann durfte er nicht mitmachen. Als Strafe. Und da haben wir überall ein E auf den Boden gesprüht und es gefilmt. Und da wollte ich immer ein cooles Video draus schneiden. Habe ich nie gemacht, weil ich faul bin. Und weil es immer Wichtigeres, so, das hätte ich eher sagen müssen, weil es immer Wichtigeres zu tun gab. Ja, und diese E's sind bis heute noch da. Oh, das ist doch eine deutsche, oder? Mit englischem Akzent. Es klang so. Ah, aber scheinbar ist die Mod, ist sie jetzt auch deaktiviert oder so. Also zumindest Teile der Mod, weil ich kann sie nicht mehr beleidigen. Das war nämlich vorher der Plan. Da konnte ich immer, dank der Mod, Leute noch anquatschen. Ja. Ja, ich will dir doch geben. Geht nicht? Eh, geht nicht. Kann ich dir was geben? Irgendwas habe ich hier deaktiviert. Ah, okay, seht ihr unten, das Logo ist wieder da. Hm. Tja, keine Ahnung. Oh, das Funland hat aufgemacht, oder wie? Das war ja eben noch... geschlossen. Ah, ne, ist immer noch, glaube ich. Ist, glaube ich, immer noch geschlossen. Komm, wir laufen einmal hier lang. Was ist, glaube ich, wenn du in deinem Kopf gehst? Schau, wo du gehst! F***, sorry! Hast du nichts? Schau, du bist eine Mutter, Junge! Was machst du? Okay, das ist nett. Das ist wirklich nett. Hey, ich erinnere dich. Jetzt hat er kein Geld mehr, ne? Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Weil das ist irgendwie so ein schöner Random Event, die man nicht immer sieht, nicht immer bekommt. Vorsicht! Den will ich auf jeden Fall mit ihm machen. Keine Ahnung, was da passiert. Oh, komm rein! Take me over Masterson street! So, what are you showing? Dude, this is meant to be the biggest rock in the world. These guys are fucking scientists. Things meant to be bigger than my fist. Bigger than a melon. Fucking genius. Gonna last me weeks. Sure it will. Getting where it was fierce, dude. Like being on the trading floor. Yeah! Ha! Wait here while I make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Sick! Yo, Mr. Banker, man. This is a real sound investment you're making. Good use of your assets and shit. Most definitely. Dude, take me over to Wappinger and Harden. 20% of my Schweizer Bank control. Here und abheilen, das ist meine Ruhe. Falls ihr euch fragt, was das eigentlich ist, da hat Chicken Wing Joe hat mit einer AI. Oh, ich erzähl's gleich. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! Okay. What's that film, where that guy is on a mountain and he gets chased by that huge boulder? I don't know. Oh shit, dude. I should remember this. Was für ein kurzer Weg. Is this your place? Yeah, sort of. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Ja, und zwar hat Chicken Wing Joe mit einer AI das Totalitär-Video quasi abgegriffen und meine Vocals rausgeholt und hat die dann einfach mal so aus Spaß zusammengeklatscht. Aber hierfür finde ich passt ganz gut. Genau. Damit kann ich jede Bitch flachlegen. Hier unter Palmen, das ist meine Ruhe. Kein Gummim. Los, keine Ruhe. Scheiße, doch auf Bill. Ich will Plantagen. 20 Prozent auf mein Schweizerland. Konntag. Hier unter Palmen, das ist meine Ruhe. Das ist meine Ruhe. Das ist meine Ruhe. I needed this card. I needed this card. I wanted one more. Okay. Zu Brucie. Eigentlich hätte ich wissen müssen, wo er wohnt. Da war ich nämlich auch relativ häufig. Da komme ich jetzt aber nicht. Obwohl, vielleicht komme ich da hin. Wuuuuhuu. Au, okay. Ich konnte ja nicht ahnen, dass wir direkt mit der Schnauze landen. Was bin ich, ein Perverter, Mann? Oh, danke Heimdoll und Super 3D Space und auch der Neo. Ihr seid alle coole Leute. Für heute. Ist keine Garantie für die Zukunft. Hallo. Hallo. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Au. Motherfucker. Ist dein Boss hierher? Was ist dein Boss hierher? Was ist dein Boss hierher? Ist dein Boss hierher? Ja, er ist hierher. Brucie. Ich bin ein verdammter Polack für dich. Es ist ein Prager zu treffen, auch. Er ist kein Polack. Er ist ein Gentleman. Er ist immer ein verdammter verdammter. Entschuldigung, Nicky. Wie ist das? Okay. Gut. Ich habe dich, Mann. Ich bin großartig, aber ich bin so schnell. Ich warte, Mann. Oh, ich bin entschuldigung. Kannst du mir das wieder zeigen? Oh, genug, Mann. Enough, Mann. Oh. Fuck, Mann. Es wird alles gut, Mann. Das ist etwas... Red Army. Serious. Du musst mir das zeigen. Ich bin alles über Macht. Komm mal, touch meine Becks, Mann. Nein, danke. Rockhart. Ich bin 450. Ich bin... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was machst du hier, Mann? Na, Roman sagte vielleicht, dass du ein paar Hilfe brauchst, und wir brauchen ein paar Geld, wirklich schlecht. Ja, mein Geld? Ja, natürlich. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich meine, ich bin kein Chubby-Chaser, aber wenn ich bin, ich bin ein Quartier, dann werde ich mich im Problem. Oh, lass sie wissen. Hey! Ich bin mit dir. Brüßi gefällt dir. Brüßi liebt ein Puss. Erinnerst du das, was? Okay. Okay. Okay, jetzt, Nicky. Entschuldigung. Ich weiß, ihr braucht Geld. Ja. Ja. Das ist ein guter Job. Nicht genau Mom-and-Pap. Kein Problem, nur die Geld ist gut. Manchmal die Leute fucken andere Leute. Okay? Und die Leute, die fucken andere Leute, müssen sie fucken mit. Especially die Leute, die in die Hälfte, bevor sie auf dem Stand und die Leute in die Hälfte für viel Zeit. Was? Ich brauche, ich brauche, die Leute zu schrauben. Nur sie sind in der Hälfte. Wie finde ich sie? Mann! Du bist kalt! Du hast nicht sogar blinkt! Ich liebe das! Ich liebe das! Du musst einen Polis-Karren holen. Geh auf den Computer, gib mir einen Telefon. Da ist ein Hälfte. Nicht wirklich. Okay, Brüßi. Ich gebe dir einen Telefon. Eis-Kalt, Mann! Eis-Kalt! Ey, Brüßi, es ist wirklich, also man mag ihn halt, weil er so überdreht und doof ist und halt eine Parodie. Aber, ähm, ja. Es ist halt umso trauriger, dass diese Parodie mittlerweile fast schon Realität geworden ist und manche Leute wirklich so drauf sind. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn! Okay, Polizei-Auto. Ah, okay. Wenn man mal einen Polizeiwagen braucht, ist wieder keiner da, ne? Aber kaum ich... Kaum ich kratze irgendwen an... Ah, wie könnte ich jetzt den Polizeiwagen kriegen? Ich kann den nicht einfach... Nee, ich kann den... Ich kann den nicht einfach rausziehen. Das geht, glaube ich, nicht. Ich muss hier irgendwie so wie vorhin rauslocken, indem ich entweder was Kriminelles mache oder ich suche wie diesen einen Wagen in der Straße... Hier vielleicht... Ja, ein Polizeiwagen, der einfach nur herrenlos herumsteht oder damenlos. So, und sobald das Ding steht... Ruf mich ihn an. Ruf mich ihn an. Ich bin hier. Ich habe einen Computer. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich liebe ihn. Der Mann ist Lyle Revis. Ich schreibe ihn auf den Computer und du solltest ein paar Wagen aus dem Ich nehme ihn selbst, aber wenn die Leute sehen mich kommen, sie fangen. Das ist so? Der Mann nicht will mit einem bei 24-Inch. Ich werde diese Revis runter. Ich fühle mich auf dem Wasser. Ich fühle mich wenn es fertig ist, Mann. Ich lasse den bei 24-Inch. Äh...so... Polizeiakten durchsuchen. Shit! Wer ist der Typ nochmal? Wann, ich weiß ich nicht mehr wie der heißt. Was ist denn die Aufgabe nochmal? Komm, wir gucken nochmal schnell, Info, äh, Lyle Revers, Lyle Revers. Okay, das ist nicht ganz digital. Einer sorgt für drei. Ich drück wirklich nur einmal. Nein! Nein! Lyle Revers. Ja, da ist er ja. Okay, gut. Da haben wir ihn doch. Das interessiert ihn gar nicht, ne? Kompletter Disrespect. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Oh, das ist ne gute Idee. Nach mir selbst und meinen Bruder suchen. Das machen wir nach der Mission. Suchen wir mal Bellic. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Viere Passage von Brucie für euch. Brucie? Ich dachte, er war verrückt. Opa. Okay We got a runner Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier raus und dann nehme ich noch das Polizeiauto wieder Geil Wahrscheinlich hätte ich jetzt Verstärkung suchen können, oder? Verstärkung holen, damit die mir helfen Oh 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 You should not worry about Rivas anymore Lethal, man A lot of people are gonna be very grateful that certain people fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore If you get me I get the money you pay You're all about the cabbage I mean the lettuce, the lettuce Ice cold, man. I love it. Don't be some more work when you need it Warum haben die immer mich auch nen Kieker? Als ob ihr wüsstet wer das war Ah Musik Check, check, check Jetzt werde ich immer schneller. Mittlerweile werde ich immer schneller dabei Ich muss mal bei einem Auto bleiben Oh, der irische Bier Song Der ist gut Denn der leckere Gersten Saft Wenn der so ungeahnte Kraft trinkt ein Bier Oh, war schon vorbei, leider Bleib Alpha Ah Ah komm, wir fahren wieder zu Brucie Ist irgendwie ganz geil, oder? Macht doch Spaß Wir fahren durch den Park An so einem schönen Tag Der ist tot Der ist tot Oh, no Dar ist tot Der ist tot until Der ist tot Ich muss zu Brucey! Ne, das ist falsch. Wie komm ich denn, wie komm ich normalerweise da runter? Ich kenn nur diesen Amok-Weg über die Bande. Na, geht so nicht. Okay, irgendwo hier. Ja, hier. Hier runter irgendwo. Au! Nein! Komm auf die Seite wieder! Du kannst es! Du schaffst es! Komm! Hopp! 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 Du kannst es! Ah! Ja! Das war richtig Alpha! Papa! Do you see the orb? He might take it! 32, 33, 35! There's someone here to see you. I'm working out! Hey, Brucie. Nico! One second. All right. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Yeah! Man, I'm ready for you, Nico. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Are you all right? You seem a little tense. Sorry, I'm just juicing. It makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. It makes you feel really... male. Be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. I'm shitting you, man. Now look. You did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen. That guy, Lyle, had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinbeck. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Hey, alles an Brucey ist fantastisch. Das ist einfach so eine geil geschriebene Parodie. Und er nimmt sich auch so ernst. Aber er ist gleichzeitig auch ein lustiger. Und er ist bei weitem nicht das schlimmste Arschloch. Das ist ja der Punkt. Er ist halt auf eine andere Art Arschloch. Aber der zwingt einen wenigstens nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute umzubringen. Das war eine nette Abwechslung. Alles, was ich wollte, war ein Verflug der Drehstuhl. Das ist der Stuhl. 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 Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist der Stuhl. Ja, ich habe natürlich gerade jemanden für Brucey gekillt. Das stimmt, ne? Eigentlich habe ich genau das gemacht. Aber er verpackt es netter. Plus, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die nicht auch anders hätte lösen können, die Missionen. Vielleicht hätte ich das anders machen können. Bei der einen Mission habe ich den einen Typen ja auch laufen lassen. Stuhl. Stuhl. Jawohl. Ich sage ja, zu Stuhl. Hintenrum, ne? Okay. Ach, das Auto. Da ist es ja. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lao's ride. Oh, shit. You ain't driving away in this? Vielleicht aber doch. So. Oh, ich weiß nicht, ob das Auto noch gut ist, wenn ich das abgebe. Ich würde sagen, nein. Aber man probiert es trotzdem. Es ist mehr eskaliert, als ich dachte. Oh. Schade. Aber ja, ich hätte nicht anhalten sollen. Das war ein Fehler. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal und nochmal richtig. Immerhin ist dieses Replay-Feature jetzt da. Das halte ich auch für sehr wichtig. Keine Autos? Mann, ich wollte ja mal S probieren. Okay, nächstes Mal. Du wolltest da lang fahren, oder? Oh, das Auto ist furchtbar. Das ist der Stuhl. 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 Das ist der Stuhl zum Sitzen. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Nun, wie hätte ich denn da fahren können? Ich hätte gar nicht anders fahren können, oder? Man muss ja einfach abknallen. Ich glaube, es geht nicht ohne Gewalt. Das ist der Stuhl. Weil wenn ich die abhängend versuche, fahren die ja durch die ganze Stadt mit mir. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt kann ich doch sicherlich hier den Weg blockieren. Doch, ich glaube, das geht. Oh, das Auto ist weg. Natürlich. War ja klar. Oh shit, falsch gefahren. Nein, warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Stuhl Schuh Stuhl Das ist der Stuhl Stuhl? Stuhl? Shit Das war eigentlich ganz gut. Ah, bis auf den zweiten Crash. Ich glaube fast, ich habe sie upgankt. Das Auto kommt auch wirklich nur halb an. Ah, hier geht es lang. Jetzt habe ich das mal gesehen. Stimmt, die Strecke. Es ist trotzdem leichter, oben drüber zu springen. Ja, fast alles angeliefert. Minus eine Motorhaube. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Wie geil ist das denn? Ende der Zwischensequenz. Oh, ist das dumm. Ich kann nichts machen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich meine, habe ich die Mission jetzt geschafft oder muss ich die gleich noch ein drittes Mal machen? Ja, er kommt hier nicht raus. Der war, äh, die, die... Garagen... Das Garagentor ist runtergefahren. Oh, wie ärgerlich. Ja, vielleicht so? Ja! Indem ich auf die Pac-Man-Perspektive geschaltet habe. Wie asozial. Das... Du wirst dich erklären müssen. Das war's nicht immer. Ah. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünschte ich hätte ein bisschen Munition Lass mal gerade gucken ob wir nicht hier in der Nähe Ah es ist nicht direkt in der Nähe ne Aber komm wir machen kurz noch einen kleinen Abstecher zu dem Abstecher bei dem man die Waffen kauft Ne warte warte das ist ja gar nicht die Das ist ja meine Karre. Ich hoffe, der bleibt noch so lange da. Perfektes Timing mit der Musik, wir sind da. Ich gehe hier! Oh Mann, ich bin entschuldig. Ne, hier ist nichts. Hey, was ist das Körper, Pal? Ja, bitte geh da mal weg jetzt hier, der Chef will einkaufen. Hm, okay, so eine Pump-Action hier, so ein Sniper-Gewehr. Na gut, das wird mir nicht viel helfen, was ich will. Sind vielleicht auch mal ein paar Granaten, echt immer noch nicht? Scheiße. Wofür habe ich denn dann die ganze Kohle? Aha. Nix, nicht mal Molotows! Hm, na gut, komm. Ja, fette Munition, das kann nicht schaden. Granaten nicht, ne, man, ärgerlich. Hier vielleicht was? Habe ich denn Basie eigentlich? Ja, ist vielleicht ganz gut, auch mal ein Basie dabei zu haben. Okay, da habe ich schon wirklich genug Munition. Die SMG? Ja, einmal schön ausrüsten. Was, das alles? Sag ich doch. Oh Mann, hoffentlich werde ich jetzt nicht, äh, Fehler machen und sterben, weil dann ist die ganze Muni weg. Vögel an. Guck mal nach gdyby Bet 미�isches themen. Oh mein Gott, was du? ... ... Oder bist du in Brit? Oder bist du kein Fromme? Biss für den Fromme ist doch nicht? the gust me S inability gegennsteig, das so cool ist das Okay, ich parke natürlich direkt. Ich parke natürlich direkt vor dem roten Teppich und dann gucke ich mal, wie ich jetzt reinkomme. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mich hier nirgendwo in Deckung gehen. Okay, hier. Ja, leider ist die Tür im Weg. Euer Geld nämlich schön mit Kugeln sind teuer. Ja. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich hier keine Möglichkeit habe, Deckung zu suchen. Dann wäre das ein bisschen besser. Da ist ja ein Deckungsshooter in gewisser Weise mittlerweile geworden. Okay, hier kann man endlich mal ein bisschen in Deckung gehen. Oh, der ist entkommen. Ja, okay. Ich war halt ein bisschen zu sehr gerade beschäftigt mit dem geilen Shit, den man hier Baller wegballern kann. Das wollte ich nicht. machen wir nochmal. Hinter der Theke ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, ja. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Waffen nicht mehr, aber das ist jetzt auch egal. Ich habe auch so genug Money. Obwohl, habe ich vielleicht sogar... Tja. Aber das geht leider nicht. Es gibt nur einen Ordner für Custom-Sounds. Custom-Musik. Musik. Aber eben keinen, wo die anderen Musikstücke drin sind, oder so. So, das hier ist doch ein Scheiß-Laden, oder? Ja. Ne, da will ich nicht einkaufen. Ich kaufe in keinem Laden, der dieselben Klamotten hat, wie das, was du trägst, weshalb du in den Laden gehst. Okay, vorher noch... Vorher noch die Weste nehmen. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und schon geht's los, wo ist die Bar? Alter! Lass mich erst mal... Mann, ich habe doch gerade geschossen. In der Sekunde habe ich geschossen. Scheiße, auch falsche Waffe gehabt. Nichts davon ist so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe nur ein Mann von Verwaltungen gemacht. Ich habe nur, was ich glaube. Keiner von euch wird in dieser Klamotten ohne mich überleben. Ich habe nicht genug gemacht. Haha. Schön dem Arsch voran runtergefallen. So, jetzt gehe ich noch mal in den Club und hole mir die Kohle. Mal gucken, ob die Leute noch da sind jetzt. Nö, ist alles egal. Party ist vorbei. Die Party never stops. Okay, gut. Hätten wir das. Vielleicht könnte man jetzt auch mal reingehen. Schön mal einen kleinen... Mal einen kleinen Durchatmer im Comedy Club machen. Ähm... Ja, vielleicht... Also, was hat der eigentlich für einen Punkt auf der Stirn? Das sehe ich ja jetzt erst. Auch irgendeinen Bug. Haha. Okay, also, wir gehen zu Brucie. Und irgendwann werden wir auch noch mal Roman anrufen. Und, äh, Michelle. Und wir werden eine Menge... Sachen machen. Aber jetzt ist erstmal noch Brucie am Start. Da waren nur noch Aufgaben und nicht. Nee. Okay, das hat nicht geklappt. Vielleicht, ähm... Wer ist denn? Ähm... Ja, machen wir Michelle. Ach, das Mesh von der Brille. Ja, das kann sein, ne? Das ist der Haltepunkt, wo die Brille hingehört. Ja. Das ist der Punkt, genau. Abfällig richtig. Äh, okay, wir rufen Dimitri an. Das ist der Stuhl! 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 Oh, nö, wer war doch gerade da. Shit. Ich wollte das schnell doch einschieben, die kleine Mission. Ich weiß doch gar nicht, wo das jetzt sein soll. Alle wollen Ärger. Ja, okay, da muss die Liebe warten. Es ist nun mal so, Arbeit ruft. Die Leute bringen sich schließlich nicht von alleine um. Oh, danke, D-Tex. D-Term-Dermi-D-Terminatox. Danke. Auch Riku, danke. Christos-Zone, Heimdoll. Eine Menge Leute, die neu hinzugekommen sind hier. Danke dafür. So, hier sind wir am mörderischen Hafen. Direkt an der Killerecke. Und da wartet er. Er ist ein Guter. Also, er ist wirklich ein Guter. Ich hoffe, mit ihm müssen wir uns nie anlegen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der bleibt bis zum Ende. Ich glaube auch nicht. Und ich wollte nur etwas mit dir checken. Dem ist er auch wieder nicht zu vertrauen. Okay. Warum wollen die mich immer umbringen? Ich halte doch die Fresse. Du bist Nico Bellic, korrekt? Was ist das? Schon wieder geht ein Garagentor hinter ihm zu. Ich bin ein paar Kilometer aus der Flüge. Ich habe zu spüren für meine Leben. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe fast verraten. Mein Herz bledet. Ich habe mein Bestes gemacht. Ich habe nicht verraten. Geh, geh! Nee? Okay. Ja. Ja, komm. Ich kann die nur kriegen, wenn sie mit der Hand rausballern. Ich will eine andere Waffe. Geht gar nicht. Hm, okay. Gut, ich soll wohl hier mitballern. Ah, komm. Einmal. Ich bin halt sehr weit weg. Auf die Entfernung schwer. Ja! Ja! Gut. Du machst mit mir! Jetzt rutsch dein Auto! Where are you? na erst mal ein bisschen einsammeln dieses blind feuern ist wirklich eine sehr schöne ergänzung gegenüber den letzten früheren GTAs wo das echt eine pain in the ass war dieses diese schussgefechte und hier kann man halt wenigstens weil man natürlich mehr sieht als der protagonist kann man ein bisschen was machen geht schon na wo ist denn Rainer? über mir und der vorne hier ach shit ja es ist halt nicht so einfach ne wenn die Cops da drüben sind ok der ist tot da noch einer ok so weg shit ich muss auch noch auf die Seite ah das ist natürlich ärgerlich na gut dann locke ich die hier hin ich will ja eigentlich gar nicht will ja wirklich nicht abknallen aber ich habe wenig chancen aber ich kann auch nicht mit der polizei irgendwie zu viel beef haben dann habe ich direkt den helikopter am am arsch ok aber ich habe doch eben ein molotov genau Mann was machst du denn LJ das ist die eine Sache die du nicht anzünden solltest ok ich warte erst nein du sollst abhauen ist auf jeden fall immer noch besser als auf die ballern aber jetzt haben wir ihn trotzdem nicht erwischt ne das ist eigentlich das krasse daran ich könnte über den kran naja das wird nicht klappen nirgendwo ist ein Auto da da sind Autos was ist eigentlich mit LJ genau was mit dem passiert der ist einfach abgehauen ne ja ich meine der ist halt eben explodiert das war ja nicht mal meine schuld ich dachte dafür haben die mir den molotov überhaupt gegeben nimm ihn schnell schnell ein weiterer erfolgreicher raubzug aber eigentlich war er nicht erfolgreich ne der typ hat überlebt aber das soll wohl so sein ich habe ihn nicht vergessen er ist gestorben sobald ich die polizisten los bin gucke ich nochmal ob ich ihn irgendwo finde auf der karte es sieht dann noch aus als ob der da noch irgendwo rumsteht in dem fall habe ich ihm sogar geholfen und die polizei von ihm weg gelockt Alter was ist denn das für ein Stausachmacher ich weiß ich könnte die Autograd in der karte senken aber dann wäre es auch nicht mehr realistisch im Stau stehen gehört zur Stadt Experience dazu und auch Kriminelle haben da ähm ähm nicht haben es nicht verdient davon zu kommen so wo ist er denn irgendwo läuft er hier rum panisch brennend so völlig unbeteiligt da kommt er her und hupt hehehe was sag mal was ist mit dir los little jay bist du vielleicht einfach little brain das ist jetzt das zweite mal dass du dich fast umbringst ihr habt es gesehen ich habe überhaupt nichts mit zu tun das ist alles woran du denkst das ist alles woran du denkst das ist alles woran du denkst du heisst du heisst dass du lächer du hast du aber du ihn duigst der du du das Was macht denn das gerade? Da fliegt einfach mal so kopfüber eine Lady durchs Bild. Ach egal, der hatte eh so eine rote Kappe auf und Geld in der Tasche. Keine Zeit ist aufzuheben. Danke MLT 90. Ich werde gleich mal, weil ich ein, zwei Fragen gerade sehe, werde ich gerade mal was machen. Ich hoffe der Rechner stürzt mir danach nicht ab. Ich rufe kurz vorher noch Roman an und dann erkläre ich euch mal, wie ihr das Spiel zum Laufen bekommt, wenn ihr es bei euch zu Hause habt. Das fragen nämlich immer wieder Leute und ich habe es ja schon einmal gezeigt, aber das war gestern. Ich zeige es nochmal ganz kurz und ein bisschen genauer. Ich rufe auf Hopper Street in EIC. Richtig. Roman, was machst du? Warum sprichst du? Ich werde bald sein. Gehen! Ja, okay. Also ich muss jetzt zu Roman. Ja, das geht. Das einzige, was jetzt nicht geht, ist ja eigentlich nur das leichte analoge drücken. Das habe ich eben ausgestellt, weil da ja die Screenshots drauf lagen, aber ich kann sogar weiter ballern. Wenn es jetzt irgendwann zu stottern anfängt, dann ist das dieser Bug. Aber vielleicht haben wir ihn ja jetzt besiegt. Das wäre cool. Oh. Da muss ich natürlich A den Ton ausstellen und ich merke gerade, er zieht mich jetzt wahrscheinlich wieder aus dem Auto, weil ich zu lange gebraucht habe. Warum alle mich? Was habe ich denn euch jetzt getan? So, kann ich jetzt endlich mal Roman anrufen. little jacob war auf jeden fall happy obwohl echt ein cooler typ dass er mir einfach so mitgeholfen hat und michelle mein gott ich habe michelle vergessen du bist aber sowas von mir vor den vor die flinte gefallen ist das toll sie plötzlich kann ich auto fahren es funktioniert hammer gleich viel besser man merkt es richtig oder wenn es merken es deutlich besser und ich habe die kamera endlich unter kontrolle das ist der stuhl das ist der stuhl ah nasse ja Ach, da war es ja schon. Danke, harter Tobak, für die Hilfe. Freut mich, dass es geklappt hat. Danke an alle, die hier so nett helfen. Es sind halt echt viele kleine Problemchen, aber wir zusammen können sie lösen. Oh Mann, ey. Der Typ macht nur Probleme. Was machst du in da? Ich bin Angst. Leute haben angefangen, zu Hause und zu Hause. Du hast keine Telefon, was passiert? Wir haben große Probleme. Dimitri war nicht ein Mann von seinem Wort. Also sind wir tot? Ja, mehr oder weniger. Alles war gut vor dir. Ja, genau. Jetzt, das? Danke, danke sehr. Es ist wenigstens. Ich weiß es nicht. Was ist getan, ist getan. Ja, aber es ist ein größer Problem. Was? Der Mann, den ich Geld für. Bulgarin. Ja. Der Mann in Europa. Der Mann, der bei den Eidren. Ja, ja. Er ist jetzt hier. Great. Entschuldigung. Ich habe dein Leben verloren. Nein, nicht so. Wir können uns ein Weg raus aus. Ein paar Idioten Russen. Ich werde alle von ihnen töten. Nein! Das ist genau das, was du wirst. Wir haben keine Zeit für Revenge. Wir können es nicht. Was können wir schaffen? Äh. Wir können sie schlafen. Und starten. Bitte. Komm schon. Lass uns zurück in den Apartment gehen. Da sollte man vielleicht auch nicht mehr hin. Aber es endet eh damit, dass man alle umbringen muss. Ich kenne Mallory. Sie könnte uns irgendwo haben, wo wir ausbauen können. Wir können die Handbremse ausbauen. Hey, schön. Ähm. Hör. Ich und Nico sind in ein bisschen Probleme. Ähm. Wir müssen auf den Prokur. Ein paar Tage. Fährt sich viel besser. Einen von deinen Zusammens haben ein Platz mit den Füßen und Mohen? Oh, du bist ein Engel. Schön und nett. Ich liebe dich. Wir sehen uns da. Vielleicht sind die Dinge nicht so schlecht. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte mir, dass ich aus der Kapp-Business rausgekommen bin. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Wirklich? Ja. Du und ich haben ein Platz unserer eigenen. Ein Platz, wo die Leute essen und relaxen kommen. Ein klassischer Platz. Niemand von diesen Fastfood-Diner-Businessen. Wir haben ein echtes Restaurant. Tamer. Das ist ein Platz, eine Distinktion. Du weißt? Ich kann mich nicht aufhören. Nicht jetzt. Aber in dem Traum haben wir die richtige Frau. Sie ist schön. Du bist wie meine Mallory. In dem Traum haben Mallory und ich getroffen. Und alles ist gut. Das ist die Handbremsen-Kamera, glaube ich. Die muss ich noch ausstellen. Die schwingt immer so mit. Eigentlich ganz gut. Eine Uhr. Die Uhr deines Opas. Die schöne Wohnung. David Kassel. Dieses Ort ist weg. Sie haben es verbrannt. Sie haben es verbrannt. Sie haben es verbrannt. Sie haben es verbrannt, Nico. brennt alles ne shit war klar hier unter palmen hier 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 Er tut einem schon ein bisschen leid, man kann es gut verstehen. Außer für diese einen Bottle von Vodka. Ja, wir sind da und haben es da und dann... Warte, warte, ich will nicht mehr nach Hause sprechen. Wir sind jetzt hier in Amerika. Und ich sollte über mein Leben hier denken. Mein Leben, das ist verurteilt. Schau einfach! Schau! Das ist super schön, aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben für Roman. Es erinnert mich gerade an die Geschichte mit dem Alkohol, der das letzte war, was sie in ihrer Wohnung noch hatten und in sich geteilt hat. Es erinnert mich an eine alte Geschichte mit Budi, wo wir auch kein Geld mehr hatten. Das war, wir hatten gerade den Piloten da. Handbremsencam muss aus. Wir hatten gerade den Piloten abgedreht für MTV und dann hatten wir, glaube ich, drei Monate, wo wir nichts gehört haben von MTV. Und nicht wussten, ob wir einen Job haben und kein Geld hatten. Und das Geld, was wir von Viva hatten, war nicht viel und war weg. Und dann haben wir irgendwann unser Geld zusammengelegt für ein Bier. Das war alles, was wir hatten. Ein Bier. Und haben das dann ganz traurig, aber auch romantisch zusammengetrunken. Das war schön. Jetzt habe ich nichts. Kommt! Roman, pull yourself together. Du bist hier schon. Positive, mental attitude. Kommt! At least they want me dead, und nicht du. Ich denke, es wird nicht viel difference sein. One dead Bellic, wird ihnen ein bisschen glücklich sein, während sie warten. Ich denke nicht. Wir sind in diese Situation. Wir müssen mit es. Bring auf Bohan. Okay. Ah, ihr merkt schon, ne? Es ist eindeutig besser. Mit dem Controller. Es ist so viel besser. Mann, ist das toll. Das hätte ich gern von Anfang an gehabt. Also ich hoffe, alle, die jetzt Bock bekommen haben und sich das Spiel, wie ich häufiger gelesen habe, auch gerade runterladen und spielen wollen. Macht unbedingt diese Geschichten. Installiert die Mods. Ändert den Controller. wieder. Und guckt, dass ihr euren Speicher erhöht und die volle Auflösung bekommt. Ey, danke, Legion. Nicola, was machst du denn hier? Du bist, äh, nice. Oh, Pixel Wirt. Jetzt kriege ich es erst mit. Danke, liebe Leute hier. Liebe, liebe Pixler. Liebe Wirts. Liebe Gäste vom Wirt. Fühlt euch begrüßt. Wir spielen gerade. GTA 4 sind mittendrin. Was ist falsch? Was ist falsch? Wo soll ich beginnen? Okay, ich beginne mit dir. Was ist falsch mit dir? 15 Minuten. 15 Minuten ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit and you're going to be killed and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot. Not an optimist. I was bored of Brocker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home in business. Oh, yeah. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? Much. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. And have a shower. You smell a little, um, mature. So. I guess we start again. Sure. I'm going out. No, no, no! No, no! No, no! What's next? I can stop running from my 12th pace! Go into the gate! No, no! Ich hoffe, das wird jetzt nicht wegen Musik irgendwie geclaimed. Ich bin nicht auf den Streets, man. Aber die Leute haben die Probleme, die wirkliche Probleme. Sie haben die Probleme, ja. Oh, hey Nico. Das ist mein Freund, der Mann, der Mann, was ich erzählen. Wie ist mein Roman, denn? Für ein Mann, der hat sich seine Wohnung und seine Arbeit, und jetzt hat er eine Preis auf den Hand, das ist gut. Ich liebe seine Optimismus. So Nico, das ist Manni. Wir waren zusammen. Hey, 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 what's up, man? Streets, man. This is the guy I told you about, who beat up all those thugs and broke us? Yeah, great. Listen, Melody, would you give us a little space for you? Alright, alright. Okay, yeah, great. So, you know, Streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelettes to make smegs, you know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, we gotta clean up smegs, man. Man, er ist auf der Flucht und direkt in irgendein Livestream. Não, liveStream. . Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boa. Turn that off. These street criminals are trying to reform their neighborhood. Hey, hey, please. Hey, hold on a second. Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What were you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't put the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got, I got money. In which case you've got help. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... All right, well, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers off the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know what's me. We need a car if we're gonna clean these streets. Hmm, okay, nix, und auch nix. Okay, komm. Nehmen wir halt doch die Karre. Let's go, take a look, man. So, you and Mallory is tight, huh? She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. We're gonna propose, right? We're gonna make an honest woman of her, right? I think the dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind him, we wait. Hey, man. We're gonna fall into the other places, man. They'd be stuck in the damn life out of these streets. Also, ich hab die Jobs nicht gemacht, aber es könnte gut sein, dass ich das jetzt schon längst ein paar Mal gemacht hab. Ich glaub, es gab sogar hier einen Pappen, dafür, dass man in gewissem Abstand folgt, aber vielleicht war es noch Teil 5. Was ist das für dich, anyway? Ich wusste nicht, dass du und Mallory so nahe waren. Scheiße, Mann. Mann, er ist nahe zu jedem, der auf der Straße von Sao Boeham, Mann. Sie sind meine Leute, okay? Klar. Das war's für dich. Immer wieder dieselbe Ecke hier unten. Hier ist Brucie, hier ist der Hafen. Auch, Mann. You look like you got something else in your veins. Mann, I ain't touched that shit in years! Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series on the back of mine, you know? Nico, Bellic, street justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind, Danny. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Matty, why you do this? Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, kid, for these streets. This boy's got personal space issues, man. Stay back. Ich hätte nicht gedacht, dass die 20 Jahre alte Musik von Trampt so gut zu diesem 15 Jahre alten Spiel passt. Let's go behind them, man. Follow him into that warehouse and get rid of the dealers. Der klaut mir doch noch mein Auto, wo ich extra das Radio eingestellt hab. Okay, der alte Trick. Wahrscheinlich muss ich irgendwo hochklettern oder ich muss vielleicht die Hintertür nutzen? Nee. Hier ist noch was? Nee, auch nicht. Dann muss ich vielleicht von oben aufs Dach springen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das geht. Nur wie komme ich da hoch? Oh nee, vielleicht auch einfach hier, ne? Ja, hier. Hm, das wird aber immer noch nicht klappen. Hm. Okay, irgendwo ist ein Fenster. Oder eine andere Möglichkeit, aber irgendwas in der Art. Ja, von hier, also ich würde sagen, dass das hier eigentlich gehen müsste. Aber ich kann da links dann doch nicht hochklettern. Hm, normalerweise würde ich jetzt ein dickes Auto holen und da einfach drauf gehen. Aber vielleicht geht's ja hier rüber. War da echt ein Fenster neben der Tür eben? Das kann gut sein. Dann hab ich das... Ah, nee, seht ihr hier? Aber Moment. Moment. Ja, scheint richtig zu sein. Aber wahrscheinlich ist das Fenster doch tatsächlich einfach nur neben der... Nee, hier ist es. Denke ich. Aber ich komme nicht durch die Fenster. Okay. Das ist es dann doch nicht. Da, da ist ein Fenster, oder? Ist es offen? Ja. Was war das denn? Das war nicht so geplant. Ich meine, laut Kater sind da noch einige. Ich sehe sie nicht. Da vielleicht irgendwo... Nee. Okay. Dann muss ich wohl... Ist das Flamberlein? Leider nicht. Okay, dann muss ich hier wohl runter. Gut. Gut. Ey, ich hätte... Mann, sag doch mal, nee. Ey, das sah gut. Was ist das eine gute Mixer von der Sadness und Resolve? Du sahst toll. Ja, lass uns das. Okay, von der Topf? Ja, hier. Warte, 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 warte. Mehr senseless Death and the Police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Many Esquela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. Ich würde da nicht die Haftung für übernehmen. Weil am Ende wollen die sich doch rächen. Und dann kommen die natürlich zu dir, weil du das die ganze Zeit in deiner Show zeigst. Du musst wie Batman sein. Du musst die Leute umbringen. Nicht wie Batman, aber so wie er hier. Wie Batman. Du musst die Leute umbringen. Und dann musst du abhauen. Es darf nie einer wissen, dass du es bist. Wir brauchen die gefährlichsten Besten, bestigsten Motherfucker in ganz Liberty City. Okay, komm. Ach ja, Musik, 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 Musik. So, wieder mal umstellen. Habe ich ganz vergessen. Da. Die Treppe ist kein Stuhl. Danke, Danny. 1, 6, 1, 2, 7, 8. One more shot, please. This is gonna look great. Right over here. Officer, please, I need you this way. Thank you. Tight, Upper Manny. I need you guys tight. It's gonna be great. Okay, thank you. A little closer. A little closer. Thank you so much. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are gonna be... Da, 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 da. All I can say is, I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You don't give it up. The streets, man. Word. Give it up. Ha, ha. Hey, Officer McCready, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. Uh, I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no. I'm, uh, just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, Officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me. You know what I'm saying? A real street cat. To start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man. Police is a dirty word, man. Manny, I got things to do. You. Off. Yo, man. I was getting my flow on, man. I ain't right for years. I was one of them cats to invent that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man. I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way it's just gonna be. All right. I'm just saying. Nilsies. Hallo, liebe Menschen von Nils Bomhoff. Schön, dass ihr hier seid. Will immer mehr. Danke, lari92. Wir spielen GTA 4. Okay, der Typ ist so ein Schuss. Schmock. Ach ja, aber es soll uns reichen. Wir haben eine weitere Aufgabe. Das ist eh alles, was uns interessiert. Die ganzen Wahnsinnigen hier. Was denkt sich Nico, ne? Was denkt er sich? Gar nichts, man. Er danzt im Auto. Zu den Beats von Trant. Ich muss ihn mal fragen, ob der neue Mucke hat, damit ich meinen Radiosender vergrößern kann. Echt? Echt? Einfach von hier? Ja, wie? Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Ja, ist gar nicht so einfach. Man verzieht gern mal. Na komm. Kann ich ihn nicht einfach zerquetschen? Da muss doch genau so gehen. Okay, einer ist noch da. Ich habe aber echt wenig Energie. Der hat mich schon ganz gut gedamaged. War auch nicht so smart. Aber ich habe den Button gesucht. Vorsicht, Leute. Fahrt doch nicht auf die Straße. Ich wusste es, ne? Ich wusste es, weil ich eben so dumm geschossen habe. Schlimm. So, dasselbe nochmal. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes, starkes Auto. Ein gutes Gefährt. Für spaßige Stunden. Du siehst aus, als wärst du der richtige. Weg mit dir. Ich muss auch hier wieder umstellen. Auf meinen eigenen Sender. Mann, Leute. Okay, wegen dem Polizeiwagen sollte ich jetzt vielleicht erst mal warten, bis die weg sind, oder? Oder nicht so parken, dass ich die easy von hier erledigen kann. Okay, fahren die Autos jetzt bitte mal. Ich warte schon mal. Hehehe. Mann, also kann man doch nicht, äh... Oh, keinen Attentat ausüben. Oh, danke. Stu, Weep. Stu, Weep. Und Falkit. Falkit, Baby. Okay, das war's. Okay, ich hole jetzt erst den Typen. Und dann komme ich zurück für euch. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Diesmal war die Polizei, wie erwartet, direkt da. Für die ganzen Unfallopfer von denen kann man mich aber nicht belangen. Ja. So löse ich Probleme. So, die Cops haben 5 Minuten, äh, 5 Sekunden gesucht. Das muss reichen. Wir werden sie nie finden. Problem gelöst. Oh, shit, da kann man nicht weiterfahren. Ha, das denkt ihr. Schlimm ist nur, wenn die Kamera dann nach unten fährt. Oh, nein! Nein! Ha, ha, ha. Ah, wie dumm, ey. Ja, das war ein bisschen Pech. Ha, ha, ha. Oh, hier kann man gar nicht langfahren. Ach, zum Glück ist die Polizei hier komplett unfähig. Oh, ich krieg jetzt gerade mit. Ich bin wieder eingefroren. Das ist komisch. Die Kamera ist eigentlich ganz neu. Und jetzt plötzlich hat sie so kleine Fehlerchen. Ich habe jetzt eine neue Cam. Die letzte hat ja nur Probleme gemacht. Die neue ist die Elgato Facecam. Und die hat leider auch Problemchen, merke ich. Hey, Nico. Hast du mich noch Angst? Ich war über ihn, als ich ihn sah. Ich habe jemand anderes, der für dich hat. Elisabeth Torres. Sie hat eine Beobachtung auf San Quinten in Fuertstein. Ich bin schon. Ja, Mallory, mit der würde ich wirklich gerne mal wieder einen Abend verbringen. Aber es ist wirklich eine Perlenkette der Gemeinheiten, die sich hier festgezogen hat. Weil ich immer direkt nach der Mission die nächste Mission kriege. Immer passiert was. Action wartet nicht. Action größer als romantisch. Aber vielleicht bin ich jetzt mal hier richtig. Ja, komm. Gehen wir mal hier hin. Grüße von Ede. Ja, Grüße von mir. Ede ist auch geradet worden. Alter, ohne Scheiß. Jetzt habe ich sie aber alle hier versammelt. Die ganzen Bohnen, Fans, Communities sind alle hier versammelt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir zocken gerade ein bisschen GTA 4. Einfach, weil es geil ist. Ja, mit dem ihr seid. Grüße von Ihnen. Und es geht um Nachmittag. Ich habe ihn mit mir gefragt. Und ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit. Schuss, Dennis, dass wir uns chaos haben. Ich habe mich. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Ja, ich habe ihn mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe doch eigentlich hier geparkt. Da, genau. Die goldenen Rims, ey. Ich fahre damit, ich fahre auf jeden Fall mit dem Auto. Ich muss wahrscheinlich am Ende auch wieder flüchten, dann habe ich lieber eins. Und wenn schon flüchten, dann wenigstens mit Style. Wie kam der denn jetzt auf meine Mutterhaube? Jetzt mal ernsthaft, wie kam der drauf? Hat der da gepennt? Hat der da gerade hingeschissen? Oh, mein Gott. Was denn? Oh, nee. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte euch nur anvisieren. Hier habe ich das übrigens auch neu. Das habe ich von der Mod für die neuen Leute, die dazugekommen sind. Da kann man mit denen, kann man die ärgern. Und Stress machen. Jetzt habe ich ihn zum Flüchten animiert durch meine Beleidigungs-Arie. Okay, aufs Dach. Oh, jetzt aber Dachtime. Jawohl, gut. Ich kann mich an die Mission gar nicht mehr erinnern. Aber das gehört natürlich auch zu einem guten GTA, eine Sniper-Mission. Genauso wie die C4-Truck-Mission, die wir auch schon hatten. Okay, den mit dem grünen-weißen T-Shirt und dem mit dem schwarzen T-Shirt nicht erschießen. Ja, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Leute. Ein rotes Fass. Nee, zwei. Oh, die streiten sich. Na, warum explodiert das nicht? Oh, komm. Das ist ja das erste rote Fass, was nicht explodiert. Ich bin enttäuscht. Nach sämtlichen Regeln der Videospiellogik. Ich bin ein wenig. Ja, lief doch! Oder? Habe ich gut gemacht? Habe ich gut gemacht? Aber warum sind die Tonnen nicht explodiert? Das macht mich voll fertig. Die haben doch die roten Tonnen da extra hingestellt. Kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht zum Explodieren gedacht waren. Was ist denn da schief gelaufen? Ist das ein Troll, der Entwickler? Weil ich meine, jeder Entwickler weiß doch ganz genau, was gemeint ist, wenn er da eine rote Tonne hinstellt. Wir werden es nie erfahren. Okay, wir machen eine weitere Elisabetta-Mission und dann fahren wir auch noch mal zu Brucie. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Da kommt er, wie gerufen. Okay, wir müssen zu sprechen. Okay, Mann, wenn du mein Tipps hast, die einzige Möglichkeit, dass du deine Ballen zurückkriegst ist, ist wenn du zu schiefst, oder du zu schiefst. Wie viele Male? Ich muss euch sagen, mein Ballen sind gold, okay? Ich möchte über Roman sprechen. Er hat ein Problem. Er ist wie ein Tier. Online, in Clubs, überall. Du musst kontrollieren, dein Freund. Roman ist ein Kleiner. Er kann sich selbst anschauen, Brucie. Er ist in Bezug auf irgendwelche Kanten, Homie. Auch Leute, die ich könnte über das Problem denken. Und ich bin ein gefährlicher Mann, okay? Lass ihn in Gantlers Anonymous oder was. Ich habe angefangen, zu denken, er ist mehr interessiert in Karten, als er schiefst. Und das ist nicht cool. Du denkst? Sicher, Brucie. Danke für die Hände. Ja, Brucie macht wieder Probleme, aber so wird es bleiben. Wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, Mann. Alle zugekokst bis in die Haarspitzen. Okay. Da müssen wir natürlich nicht dabei sein. Die können ohne uns feiern. Wir suchen mein Auto. Digi, ich suche mein Auto. Oh, das ist ein geiles Auto. Okay, komm. Nehmen wir das hier. Nein, schnell den Sender wechseln. Oh, ja, ja. Da muss ja irgendwie eine Bodenbälle sein. Oh, da kann ich nichts höher. Oh, ja. 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 Komm, hab dich doch nicht so. Bisschen ruckelige Fahrt. Ich fände es übrigens schön, wenn im nächsten GTA, wenn man Leute im Auto hat und richtig schlimm fährt, dass die dann auch rumkotzen oder so. Das fände ich toll, so aus dem Fenster. Also je nachdem, wie hart sie sind. Das ist ja noch gar nichts. Oh, eine herrenlose Schrotflinte. Das ist auf jeden Fall schön gemacht, dieses verranzte Treppenhaus. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the herren, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the herren, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, 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 no. Let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! I said freeze! Yo, cops. Yo, they're expecting to go. What I could do? I'm in the sun! I've got him on the sun! I've got him on the sun! I've got him on the sun! Alter, der hat auf jeden Fall ne Weste angehabt. Der war ziemlich, hat ziemlich viel ausgehalten. Ich weiß ja nicht, ob die besser ist, ne? Ist die besser? Na gut, wir probieren's mal aus. Fuck, Alter! Fuck, Alter! Ich muss raus! Ja, nee, kannst du nicht die Treppe alleine runterlaufen, oder wat? Okay, wir wollen wohl, dass ich oben noch die erledige. Ich brauche Hilfe! Ich bin schockiert! Du bist pathetisch! Alles viel besser mit dem Controller. Oh, shit! Hoch! Das ist doch falsch! Geh' dich! Hab' einen guten Tag! Hier, wir haben ihn! Hier, wir haben ihn! Geh' dicht! Okay, sieht gut aus! Ah, super! Die brauch' ich jetzt aber echt! Und versuch' zu bleiben! Du bist tot, Freund! Keine Latla! Ja, jetzt übernimmst du die Führung, ne? Wenn keiner mehr da ist! Ah, super viel Muni! Das fühlt sich so gut an! Offen gesagt, will ich jetzt gar nichts mehr mit euch zu tun haben! Ein einfacher Job wird zu so nem... Amoklauf gegen die Polizei! Danach hab' ich ganz sicher mehr als zwei Sterne! Wenn die das erstmal mitkriegen! Was? Er ist nachladen! Und jetzt noch schnell den Radiosender umstellen! Nein! Keine Zeit! Muss in den Radiosender gucken! Okay! Oh shit! Es macht aber einfach zu gut Spaß! Man muss es manchmal riskieren! Oh shit! Ich hab' zu fucking sterben instead of being caught bei den Feds! Wenn du eine Bede auf eine Haroinn-Beef und du hast nicht gesehen für lange Zeit! Du hast nichts gesehen! Ja? Ja? Du hast mir ein bisschen was gemacht vorhin in der Zeit aber wenn er rauskommt wenn er niemals ist, dann wird es nicht mehr das ganze Welt sein. Was ist anders als dieser Mann hat ihn gemacht? Shit verändert! Da wird mehr zu es als die Kracktippe heute Abend. Da wird die Smacktippe und die Rappgabe X Chronik Meth Shit! Ich bin zu öffnen, meinen Horizont! Ja? Fürsichtig! Reach für die Stars und all diese shit! Ich verstehe warum ein junger Kind von der Hütte kann nicht etwas aus von sichern. Streetcats wie ich werden als Pimps und Buschers und Sticker Partys. Aber du bist ein Drugs-Busher! Das ist nur was ich aus der Ghetto! Ich sehe es nicht mit Drugs. Drugs sind nur ein arm von meinem Fitness. Und ich kaufe und das shit wie any commodity auf dem Trading Group. Ja, aber Playboy ist noch Legitimale. Ich will sein einem Skyschraper und ein Idiot der einfach nur um die Ecke fährt und schon hab ich ein Problem. Lohnt es sich Little Hope anzuschauen. Also ein Idiot, der einfach nur um die Ecke fährt und schon hab ich ein Problem. Es ist auf jeden Fall kein schlechtes Dark Pictures Spiel. Es hat ein bisschen was von Silent Hill. Aber es ist auch nicht super toll. Also ich würde sagen 7 von 10. Aber wenn du dir mein Let's Play davon anguckst, dann bist du locker bei 9 von 10. Gibt es aber nur auf dem Let's Play Kanal und nicht auf meinem Kanal. Puh. Jetzt könnte ich wirklich erstmal ne 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 einfache Brucie Mission vertragen nach der Nummer. Hier sind wir, Mann. Ich werde dich aufhören, wenn ich deine Ecke brauche. Entschuldigung? Geh zurück auf deine Masse! Entschuldigung! Welches Dark Pictures Spiel würdest du empfehlen? Ich finde das erste gut. Also mir gefällt das erste Dark Pictures richtig gut. Ähm, da, da Until Dawn heißt es. Das würde ich sagen, kann ne 8 von 10 sein. Ansonsten sind die alle leider nur so ne 7 von 10. Hängt ein bisschen davon ab, auf welches ihr Bock habt. Wo euch das Monster, das Setting, die Charaktere gefallen. Der Kontakt war... Du siehst, ich weiß! Die verdammte Spiele sind überall! Ich fühle mich, dass sie zurückkommen werden. Weißt du, was passiert? Ich habe noch mehr Ziele zu machen! Du bist, ähm, mit 18 hoch, äh, um es zu machen. Danke! Komm, wir schalten mal genau auf die... äh, First Person! Die gibt's ja auch nur durch ne Mod! Great, Dutico! Ich habe das Geld für die Camp Depot in Burntown! Das ist super schnell! Ich dachte, es war ein elektrisches Feuer, nicht hart! Vielleicht war es ein Exit! Haha, du hast recht! Ich habe das Geld in einen anderen Camp Depot! Die Familie bekommt die Preise, es ist auf und runter! Nächster Punkt... ...flöten auf der Barstack! Ich gebe dir eine Chance und lass sie raus! Alter! Also ganz sicher ist die Kohle weg, bevor wir bei ihm ankommen. Das ist ein ganz normaler Autofahrer, der einfach nur seine Strecke sucht! Ich fahre immer auf dem Mittelstreifen! So... So bin ich drauf! Mittel... Mittel... Mittelstrahl, Mittelstreifen! Jetzt komm! Oh! Knapp! Hätte auch ganz schnell schief gehen können, wenn ich ja nur gestreift hätte! Äh... Jo, Manni! Ich habe eine Sache am Laufen! Komm bei meiner Hütte vorbei! Ich habe Arbeit für dich! Ähm... Ja, im Moment nicht! Aber das könnte man auch mal machen, so eine schöne kleine Taxi-Tour! Wir gucken uns das gleich an! Äh... Brucie ist da unten und X ist da oben! Okay! Komm, wir machen erst einen Brucie! Das war ein bisschen! Wie ist das? Warum hast du mich aufgenommen? Du denkst, dass ich in der Stadt zu Recht in einem Cescetrisse wie das? In einem Knie mit einem Knie wie du? Du? Du hast so vieleお願いします! Du, du hast so viele Schwestern! Du hast auch für Gott! Du hast mich verletzt! Du hast mich verletzt! Du hast nicht mehr Volkheit! Du hast mich verletzt! Du wirst, warum ich verletzte, Fäustin! Es war nicht meine Wahl! Ich werde dich finden, Nico! Ich habe dich verletzt, und deine Kassen aus der ganze Welt! Ich werde dich verletzt, aus der anderen Hütte! Ein Arschloch, ne? Wir haben alles getan, was er wollte. Dann hat er es trotzdem reingelegt. Keine Ehre unter Dieben. Ne, hier komme ich nicht durch. Oh, auf die Entfernung schwierig, aber geht. Eigentlich will ich ja nur auf die Straße wieder. Okay, so. Alter, was für ein dummer Weg. Aber auch Holzwege muss man zu Ende fahren. Okay, so, das Ding geht unten drunter durch. Wir wollen aber drauf. Gut zu wissen, wird genau drei Missionen dauern, dann haben wir Ärger mit ihr. Oh, hier sehen wir mal die schönen Lichtreflexionen auf dem Auto, die wir auch nur haben durch die Mod, glaube ich zumindest. Du trinkst Bier! Dich trinkt Bier! Du trinkst Bier! Wir sind hier! Wir sind hier! Alle nur am Ärger machen. Wir gehen ja gleich. Alles andere, ja. So wie diese hier. Ah, hat nicht geklappt. Doch so. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Hauptsache ich bin da. So ein Klowagen könnte ich mal klauen. Danke, Scal 310. Bedeutet, dass ich soll mal so ein Klowagen klauen? War das ein Zeichen? Ah, ist leider weg. Oh, Rennstreifen ist immer ein Zeichen für mich, das Ding zu klauen. Da kann ich nicht anders. Na, das könnte ich mal machen. Okay, eine Brucie-Mission, eine X-Mission und dann hören wir auf. Aber es ist toll mit euch. Oh, Rennstreifen ist immer ein Zeichen. Help mich! What? Help mich! Help mich! Komm mal! Oh! 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 Nico! Du willst auf eine Zelle? Oh! Oh! Come on! Was ist mit dir? Okay. Wer ist sie? Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Fuck you! Nein, Mann! Lass uns! Der Kussin von dem Zeichen, Lyle Rivas, hat mir viel Geld gemacht. Und der Zeichen nicht mehr bezahlen. Und der Zeichen nicht mehr bezahlen. Instead, er hat mir gesagt, dass ich mich zählen. Hiyaa! Ha! Brucey! You got to chill! For real! Yeah! 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 Now, listen. Envy. This guy isn't hiding. But, he's a serious... He's a serious cockhout! Oh! So you think of me? No! But the guy knows me. And I don't think anyone would date that fat Slav. So, I'm just doing your profile. All right. Let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big strong arms? Yeah! You got to be kidding me! Haha! I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucie! Oh, shut up! Now, listen, Nicky. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman. Cousin. You're a dick. Haha! Haha! Nicky! Shit! Ach, Brucie. Ah, der Roid-Rage lässt ihn nicht mehr los. Glücke ab, der Typ! Hier macht diese feste Kamera, die ich jetzt auch gerade wieder habe, wie ich sehe, macht tatsächlich viel mehr Bock und ergibt auch viel mehr Sinn. Weil man dann wirklich auch ganz gut um die Kurven mal rumfahren kann. Aber wenn man mit Tastatur spielt, ist das ganz schön irritierend. Habt ihr ja vorhin gesehen. Weil man halt anders lenkt als mit dem Analog-Stick. Dann ist das eher verwirrend. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is love meat. Haha! Go to it, bro! The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? French Tom. Von mir aus. Roman's cousin. It's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. Okay. Web. Und... Oh, seht ihr? Ich hab nämlich schon diverse Connections auf Lovefinder gemacht. Ich hab nämlich schon diverse Connections auf Lovefinder gemacht. Das ist aber alles nur Werbung. Michelle. 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 Ja, mach ich doch. Was will Horsan? Wie geht's? Hast du dich entschlossen in Liberty City zu bleiben? Wie geht's deinem Cousin? Ich bin geblieben. Hab gehört, alle hätten's gemacht. Hast du vom armen Käpt'n gehört? Der arme Mann trieb tot und betrunken im Fluss. Und alle anderen haben sich abgesetzt. Ich frage mich, was diese Chinesen mit dem Heroin gemacht haben, das sie angeblich geschmuggelt haben. Ich hab mich abgesetzt und komme herum. Ich bin gerade in Florida. Komme aber bald zurück. Hoffentlich treffen wir uns. Möglicherweise kriege ich einen Job und verkaufe bald in sofort gefälschte Handtaschen. Damit kann man viel Geld machen. Das ist Wahnsinn. Äh, okay. Interessant. Also diese ganzen... Dieser ganze Kram ist so cool eigentlich, dass man das Internet benutzt, dass man E-Mails benutzt. Ich hoffe, du erhältst diese Nachricht und antwortest, du fehlst mir. Ab jetzt will ich nicht mehr auf Serbisch schreiben. Du bist jetzt wie Roman. Er sagt mir, ihr redet kein Serbisch mehr miteinander. Ich weiß, es ist besser für dich in der Welt herumzukommen und nicht hier zu sein, aber ich vermisse dich. Es ist die Pflicht deiner Mutter, ihren Sohn zu vermissen. Wärst du nicht mehr zur See? Hast du dieses Leben aufgegeben oder nur unterbrochen? Wirst du je zu mir zurückkommen? Mein Herz frohlockt, wenn ich daran denke, dass du mit deinem Cousin zusammen bist und ihr in Amerika erfolgreich seid, aber gleichzeitig bricht es mir das Herz, dass du nie hier bist. Ich weiß, dass das Leben nie leicht für dich war, Nico. Du hattest viele Probleme und hast viele schlimme Dinge getan, aber du solltest wissen, dass ich eine Mutter bin. Deine Mutter. Und nicht über dich richte. Ich gebe der Welt die Schuld, die dich dazu gemacht hat. Dich, der anderen so viel zu geben hat. Vor allem die Kopfnüsse. Der ein Mann mit Prinzipien ist, der immer versucht hat, korrekt zu leben. Das Leben hier ist so wie immer. Die Leute streiten. Die Bauern leiden. Wir zahlen Steuern für neue Parlamentsgebäude und Regierungsberichte und leben in Armut. Für die Menschen auf dem Land ändert sich gar nichts. Egal, wo sie auf der Welt sind. Bitte schreib mir wieder. Tvoll, jawoll, jener Maika. Wahrscheinlich ist das sowas wie ich. Finde dich ganz schön geil. Negative Antwort von Licking Gert. Wir bedauern, ihr nicht weiterhelfen zu können. Ja. Hat nicht geklappt. Was ist das? Oh, hier. Äh, nee, guck mal. Was geht ab? Ich habe einen abgefahrenen Benji gesehen. Halt die Augen offen. Ein Beta, Gamma oder so ein mieterwettiger Knilch fährt in Meadows Park damit rum. Roman sagte, du wärst für diesen Scheiß geeignet. Er meint, du wärst ein verdammter Alpha und könntest die Welt beherrschen und alles selber machen. Ich glaube diesen Mist. Du bist der Größte. Tu es für Brucie. Ähm. Ja, mach ich, oder? So ein Audorchen? Warum nicht, ne? Wie kann ich darauf antworten? Geht gar nicht mehr. Ist schon zu spät. Na gut. Okay, wir wollten ja eigentlich sofort Liebe finden. Wir suchen einen Mann. Oh Mann, wie hieß der nochmal? Oh, Sweet Bellage. French Tom, Oscar Wilde, Matty Black, No Big Willie, Malcolm Sachs, Hump, please Rupert, Troy Harder, Colonel Cuddles. Es ist doch French Tom, oder? Ja. Süßer, ich werde dir von mir erzählen, wenn wir ausgehen. Wenn ich dir antworte, dann wird dir auch gefallen, was du siehst. Vertrau mir. Aber es könnte auch sein, dass du ein fetter, verzweifelter alter Mann bist, der sich nur das Essen im Burgershot leisten kann. In diesem Fall wird French Tom nur sagen, bon voyage. Falsch. Ich mag Geld und gut ausgeprägte Muskeln. Steht auf. Promis fabelhaft sein, verwöhnt werden, bei Musicals mitsingen, das übliche halt. Ich habe gehört, dass viele Leute über diesen neuen Arbeit-Trend reden, aber das klingt nicht so, als wäre es was für mich. Ich will nicht lügen. Ich will ausgehalten werden. Vermutlich ist es harte Arbeit, mit dir auszugehen. Darum solltest du mich dafür auch bezahlen. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen. Steht nicht auf, Leute, die finanziell angeschlagen sind, Mitglieder der dicken Befreiungsbewegung oder ästhetisch nicht ansprechende Menschen. Das sind arme Leute, dicke Leute und hässliche Leute. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn du mit mir ausgehen willst, solltest du dementsprechend aussehen und finanziell ausgestattet sein. Ja, ob das was klappt? Ob das klappt? Ich weiß es nicht. Wir loggen uns aus und warten auf eine Liebes-E-Mail von French Tom. Keine Ahnung, was ich da mache. Soll ich einfach einmal um den Block fahren? Oder ich mache jetzt erst anderen Kram. Die E-Mail wird schon noch kommen. Die E-Mail wird schon noch kommen. Oh, ich bin immer nicht drüber gesprungen. Oder? Ich stehe auf Nuten und Level. Hier ist die Lieder. Okay, ich fahr mal unten lang. Dann sind vielleicht weniger. Nee. Besser als ich dachte. So. Jetzt wieder über die Brücke. Zum ein-millionsten Mal. Ich bin nicht drüber gesprungen. 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 Egal, was ich mache. Es landet immer wieder da. Mal gucken. Vielleicht ist es einfach das Vielfache durchschalten. Von V. Und wir müssen nach links. Ja. Mal gucken. Okay. Links über die große Straße. Nee, ne? Nee, Moment. Wir wollen ja zu X, nicht zu M. Zu X müssen wir... Ach, ist das ein Weg. Geradeaus? Nee. Auch nicht falsch. Dann kommen wir erstmal... Nee, da ist nochmal eine Kreuzung. Also, ich glaube, wir haben es einfacher, wenn wir hier links lang gehen. Da. Da ist ja schon. Komisch, ne? Die Kamera ist schon wieder fixiert. Ich weiß echt nicht, wie man die ausschaltet. Einfach stehen geblieben. Einfach stehen geblieben. Wenn ich B drücke... Achtet mal auf die Reifen. B... Seht ihr? Das ist so ein Lowrider, oder? Komisch. Jetzt passiert es nicht mehr. Komisch. Jetzt passiert es nicht mehr. Aber nicht irgendwas. Seht ihr? Links irgendwas stelle ich ein und aus. Und N stellt auch irgendwas aus. Alter, wie geil. Ich habe es gerafft. Deswegen hat das immer passiert. Weil N benutze ich, um die Musik umzustellen. Und gleichzeitig benutzt man N aber, um das zu... Um das zu locken. Hinter dem Auto. Ist halt Teil der Mod. Und jetzt habe ich es verstanden. Und was ist B dann? Bringt nix, ne? Weiß nicht, was das bringen soll. Nix. Geil. Mö... Maximum... Geschwindigkeit. Alter. Das passiert immer, wenn ich bremse. Deswegen Vollgas. Oh nein, nein, nein. Moment. X ist ja hier vorne. Also runter. Nee, nee, ich fahr lieber außen rum. 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 Kinom. Exist noch nicht das Journalistie Ladies, give me a few minutes, then it's called. Ah, das sind alle so nett. Da würde ich auch gerne leben. Das ist gut. Gute Wohnung. Und das alles kriegt man durch Wiedrauchen. Man, das ist verrückt. Ich brauche Geld, das Geld betrifft, ich kann es tun. Ich brauche nicht, ob ich live oder sterbe. Und ich schaue jemanden. Egalen especial. Ja, du kannst das sagen. Also, warum du mich brauchst? Ich schaue immer guter Leute. Builder ein Armee. Aber in meinem Arbeit, die Leute verändern. Geld verändern, nicht ich. Ich bin immer ein Hustler aus diesen Straßen. Und ich gehört guter Dinge über dich. Okay. Aber ich sage dir, ich bin nicht low-budget. Ich sehe wie ich live, low-budget dog. Ihr Spieler. Was du willst? Da ist jemand hier für dich. Dwayne oder so, ich weiß nicht. Motherfucker, got out? Damn. My dude! Was's up, son? Was's going down? You didn't tell me you was getting out? Mann! Ich würde mich auf eine Party machen. Ich habe ein paar Freak. Ja! Ich hab. Ein paar Mal. Mann! Hey! Dwayne! Das ist Nico. Nico Dwayne Ford. Er hat mir alles, was ich weiß. Nicht alles. Ich weiß nicht alles. So, hey man! Where are you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out. I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Let's you too fine. What? Your silk sheet? Fancy dress wearing light too big for me now? Oh, hey. Now I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help? Just holler. Hey. This slavic motherfucker ain't good. He can help me. You know, I'll do anything I can do. But right now, we have to run. Everyone warns us. Everyone warns us. Irgendwann will auf jeden Fall der eine, der ich den anderen umbringe. Das ist abzusehen. Hm. Some folks. Yeah. That's the truth. Where did you get out from? Pre-school. Okay. Dwayne. We got a road. Please. Make yourself at home. Hell. This is your home. Let's jet money. Alter, jetzt kommt der Denzel auch noch. Das ist ja super süß von euch. Danke. Jetzt ist der Denzel ja auch noch am raiden. Man hat auch noch mal Leute vorbei. Ich bin heute die allwissende Müllhalde, auf die ihr alle eure Communities schieben dürft. Das macht mir großen Spaß. Ich nehme sie gerne. Okay. Ist egal welches Auto, ich würde gerne das hier nehmen. Das sieht cool aus. Ich weiß, es gibt ne Möglichkeit, das anders zu machen. Ich weiß, es gibt eine große Real Estate-Developer. Ich weiß nicht. Ich habe viele Sachen gehört. Dieser Mann ist ein großer Developer. Sie sind mit ihm und ihn haben meetings über wie wir die Stadt fahren? Nicht noch. Aber ich habe eine Idee über wie ich und ihn sind Freunde. Einige Italiener haben sich geöffnet sein, auf ein bisschen Union-Bullshit. Sie sind alle auf dem Ort. Statt zu ihren Fronten mit harthäten und so. Sie wollen niemanden kommen. Was Sie sagen, wir machen über das? Sie gehen in da und gehen die Mafia-typen aus der Zeit. In der meantime, ich werde euch sagen, wie gut wir sind. Das Katten in mir wird als zwei Zell-Mates auf den Lockdown. Was ist für mich? Ich gebe dir was, was ihr habt. Cold, hard cash. Das ist was ihr, oder? Amongst andere Dinge. Ich weiß nicht, wie gut ihr Plan ist, Playboy. Wenn ich aus der Leute auf der Zeit, dann wird es mehr. Wenn es ein Union-Problem ist, dann macht es größer als ein paar Leute mit guns. Shit. Union ist nur eine andere Worte für Mafia. Diese Katten versuchen unsere Mann für die Dollar, nur weil er nicht von hier ist. Wenn wir die Leute auf die Leute, dann werden sie wissen, dass er nicht die Katte zu messen mit. Und dann wird sie zurückgehen. Shit. Yusef ist von Dubai. Er ist eine Afrikante. Und er ist gekommen zu Liberty City zu machen. Es ist mein Wunscher zu sehen, dass diese Katte zurückkommen. Meine Ancestors kamen aus Afrika. Jetzt kommt er ein bisschen später. Me und ihn könnte sein. Oh, ich hätte runterfahren sollen. Wuhu. Wuhu. Yo. There's three Lookout-Cats, making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. Danke ATM-Cry für dein Abo. Von hier oder da hoch? Ja. Ich brauche Geld. Also du bist in Liebe. Du kommst da ein paar Abo. Ich gehöre dir hin. Das ist eigentlich lustig, weil aus der ganzen Kohle machen wir nichts. Wir kriegen Kohle. Kaufen davon eigentlich nur Munition, um noch mehr Kohle zu generieren durch Attentate und anderes. So, soll ich da jetzt schon ballern? Alter. 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 Das hätte ich gerne nicht gesehen. Aber er hat das sicher gesehen. Das war noch neu. Hm, wo ist der dritte? Ah, da. Immer nach oben gucken. Immer den High Ground. Kein Star Wars Fan offensichtlich. Allein sowas ist so toll bei dieser Mission, dass man mal, ja, ein bisschen was anderes macht. Erstmal ein bisschen snipern, dann reingehen. Man hätte es natürlich auch anders machen können. Aber so ist schon richtig. Genau so, wie es gedacht ist. Mit dem Lift hoch. Nee, nee. Brucey wollte ich gar nicht anrufen. Der ist jetzt bestimmt sauer, dass ich ihn weggedrückt habe. Das findet er nicht geil. Da hat Brucey überhaupt keinen Bock drauf. Okay, die M4 oder was habe ich? Gut. Hört auf. All right. Du in, Money. The first guy is on the scaffolding in the building to the east of the yard. Oh, welcome. Das ist nachladen Na obwohl er einen Helm auf hatte Granate Granate ist viel zu aufwendig Du kannst du das, du skater Du hast die Räste Du hast die Räste Du hast die Räste One more aber die sind ja wirklich alle bewaffnet auch das muss ich mich beeilen das wird eng sonst ich dachte schon ich fall jetzt zwischen die beiden gebäude und kommen wieder raus die Mann, das sind ja doch einige, ne? Ah, ich hab noch Granetschiff. Ah, war klar. Na, wo sind sie denn? Was ist mit dem Helikopter? Der ist weg scheinbar, okay. Das war klar. Y, ja. Ich glaube, das waren alle. Puh, wieder einmal eine schlimme Mission, die uns Fragen zurücklässt. Und warum wir nicht einfach eine anständige Arbeit nachgehen, wenn doch alles immer so eskaliert, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Andererseits haben wir nur das gelernt. Du, eine typische Freiheit, die die Ecke. Es ist nur ein Auto, also raus, jetzt! Bleib ruhig, Mann! Geh weg! Geht geradeaus. Michelle! Michelle! Ich hab keine Zeit, tut mir leid. Ich muss hier voll den Alpha-Move machen und dich einfach hängen lassen. Ey, tut mir leid, Michelle! Business ist booming! Michelle macht mir voll die schlechte Gewissen. Wir waren einmal aus. Vielleicht will ich dich einfach nicht. Schon mal darüber nachgedacht? Nee, natürlich nicht. Ich muss irgendwann mal vier Stunden lang einfach nur mit allen Leuten ausgehen. Ja, ich fahre jetzt zu ihr. Ja, das ist was er sagt. Oh, da ist ein neuer... Ja, okay, ein neuer Button gekommen, Dwayne. Ich muss kurz mal gucken, ob das vielleicht auf dem Weg ist. Nee, ist auch nur da. Scheiße. Alles, was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Ja, das ist der Stuhl! Alles, was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Ja, komm, wir gucken uns mal das D an. Keiner hat es gemerkt, gut. Grafikfehler im Stream? Oh, das krieg ich aber gar nicht angezeigt hier. Ich seh sie zumindest grad nicht. Ja, es ist schwer zu leben mit dem Vergangen, oder? Ja, besonders wenn die Präsenten sich in einen Scheiß. Pfff, scheiße, scheiße. Keiner will mit mir mit mir mehr. Es ist wie ich schraub. Was hast du gesagt? Playboy nicht mehr will. Er zahlt für dich zu kommen. Meine Freundin, die Liebe meiner scheiße. Ich hab die Verkauf. Ich hab die Verkauf. Ich hab die Verkauf. Ich hab die Verkauf. Ich hab sie alles in der Mitte. Autos, Wohnzimmer, Abenteuer, Banken, alles. Ich hör sie mit Javon jetzt. Wer? Ein Puck, der gesprochen hat. Er ist nicht mit mir verletzend. Aber ich wusste, ich wusste, dass seine Scheiße lieb. Jetzt die Verkauf ist meine Frau? Für echt? Die Scheiße ist verletzend, Mann. Ein bisschen tut mir leid, aber sonst ist es passiert dann, wenn du in den Knast kommst. BAM! Aber ich bin nicht da noch. Nein, nicht ganz. Ich hab sie mit ihr. Hör, warum nicht sie mit ihr? Pfff, nicht viel zu sagen. Dann bin ich mit ihnen zu sprechen. Ich werde sie mit ihr Geld zurück. Und wenn sie nicht in Ordnung, ich werde sie mit ihnen machen. Wo sie sich mit ihr verletzend? In einem Arcade in Chinatown. Schau, Mann, nicht zufrieden. Nein, ich zufrieden. Ich habe Geld. Und auch, du mich erinnerst. Nein, ich zufrieden. Aha. die Erfolgs Nein, ich zufrieden, wenn Sie rely on von müssen! Die Erlust v noticed aber nicht. Die Er Horrorzeit lasst mal ein bisschen. Und das war ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ey, GTA macht einfach immer wieder Bock, ne? Es ist fast egal welches. Das Rumfahren, das Durchschlängeln, das Slalomfahren rund um die ganzen Sonntags-Dödelfahrer hier, die wirklich nix gebacken kriegen, wenn ich das nicht alles für die machen würde. Ah, au! Immer sind es die Sprünge. Die Sprünge machen mich zur meistgesuchten Person hier, weil sie so cool sind. Scheiße. Kein Problem, mach ich hier in Berlin ständig. Okay, nochmal von vorne und diesmal alles richtig. Was war es nochmal? Ich habe schon wieder ganz vergessen, was die Mission war. Zur Spielhalle und dann? Oh, ist auch geil. Geile Spielhalle. Wenn er in der Strecke war, hat er seine Geld. Was? Du musst seine Bedeutung haben, Scheiße. Er wird verrückt, wofür werden. Joe, wer du mit deinem Feuerstuhl gehst? Geil mich nicht, ich weiß, dass ich wirklich schnell wachsehe. Du musst keine Angst haben, wenn du diese größe Blut auf der Hand gehst. Ah, shit. Ah, ich muss ja wieder umschalten. Na genau. Independence. Ich frage mich immer noch, was in der einen Gasse hinter der Mülltonne lag, wo ich von der Polizei erschossen wurde, weil das war ja scheinbar eine Waffe. Aber die hatte ich scheinbar schon, zumindest dasselbe Modell oder so, also dasselbe Waffengattung. Trotzdem würde ich gerne wissen, was da drin, was dahinter war. So, ich stelle mal ein bisschen auf die Ego-Perspektive. Keine gute Idee. Aber steuert sich besser, als man dachte. Wenn man jetzt sagt, POV von einem Motorrad. Meistens genau. Die Kurve liegen, ist ja normalerweise ganz schlimm aus der Ego. Hier ist es gar nicht vorhanden. Hier unter Palmen, das ist meine Wunten. Das ist meine Wunten. Hier unter Palmen, hier unter Palmen. Scheiß drauf, Bildung. Okay, gleich wird geballert, sobald ich endlich nah dran bin. Hier unter Palmen. Das ist meine Wunten. Irgendwann. Scheiß drauf, Bildung. Ich will Plantagen. Scheiß drauf, mein Scheiß. Man kann schon hier unter Palmen. Das ist meine Wunten. Das ist meine Wunten. Aber ich habe ihn gefunden. Nein. Na, hast du es? Oh. Habe ich ihn erwischt? Ja. Ich will dein Geld und dein Motorrad. Achso, nee, darf man ja nicht. Darf man nicht. Darf man nicht. Darf man nicht hören. So. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Aber ist egal. Wir treffen uns mit ihm. Wenn man das VOD ausstellt für Twitch, hat man noch keine Probleme. Ja, ich will ja, äh, ich nehme ja diese Videos auch auf für meinen YouTube-Kanal. Und da gibt es dann eben doch Probleme. Ich habe ja schon mal die ersten zweieinhalb Stunden hochgestellt als Test. Und du kannst du quasi, kannst du eigentlich entweder nur klein schneiden. Oder, äh, musst du es halt demonetarisieren. Was ja, äh, in dem Fall auch geht. Haben wir ja auch gemacht. Aber ich will auch kein Risiko eingehen. Deswegen habe ich hier die Musik ausgetauscht. Ups, Waffe weg vielleicht. Ja. Oh, nee, ist das gar nicht der eigene? Hallo? 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 Isn't it amazing, how long you can survive on just rules and secrets? Subtle, real subtle. Ah, da. Ich habe das Geld für dich. Sie bezahlen? Ich glaube, mein Name ist immer noch etwas drin. Die Leute sind immer noch Angst vor mir. Sie sind. Ich habe Javon für dich geholfen, aber ich lasse deine Ex zu gehen. Diese Fülle Charisse? Sie einfach nicht helfen. Sie hat mir immer gesagt, sie hat mich gut geholfen. Aber ich glaube, ich sollte hörten. Ich bin froh, dass sie nicht tot ist. Sie ist nur ein Idiot. Peace, Mann! Wir kennen das ja... Oh, es kommt gerade Looten und Leveln. Das habe ich leider zu leise aufgenommen. Das ist genau der richtige Track hier für diese Fahrt. Du trinkst Bier! Ich trinke Bier! Du trinkst Bier! Komm, trink ein Bier! So, X, D oder M. Komm, wir besuchen mal unser Mädel. Ohne Motorhaube. Trink ein Bier! Trink ein Bier! Heute bei Meetings ohne Motorhaube. Trink ein Bier! Trink ein Bier! Trink ein Bier! Trink ein Bier! Komm, ich muss mal gucken. Ach, Mann! Ich bin so nah, ne? Es wäre so ein weiter Weg, jetzt wieder zu M. Nee, komm, da machen wir doch nochmal X. Tut mir leid, Leute. Immer verspreche ich das eine und mach das andere. Aber ich bin eine Geißel der Entfernung. Die Stadt hat mich im Griff Und sie will immer den kürzesten Weg von mir Woher, hier runter Da durch Bald könnte ich auch mal die Geschichte machen Mit dem Internet Dating Ich habe ja dieses Date mit dem Typ Der scharf auf mich ist Und den soll ich wahrscheinlich umbringen Ist das nicht irgendwie immer alles Das Ziel Auto mitten stehen lassen Polizei passt drauf auf Für real Hey, listen G Duane ain't the only thing I got on my mind No No Some motherfuckers been calling me a phony Calling me a snitch Calling me all kinds of bullshit Big deal Yeah, big deal Damn right Until I discover That same motherfucker Well, he's got some real loose lips Not bad So You'll need this guy silenced Yeah He hangs out with his team Near the courts on Exeter Between X and W Okay What does he look like? Well Son ain't too diesel or nothing And he a regular looking dude Know what I mean? Now he don't flash his guap too much But you can see it in his eye He a hustler Eh? Homie ain't too brawler But he ain't scrawny neither And he be styling on him a little You dig? I mean He ain't too bummy But he grimy too So He's the average one? Look He's brown skin be Motherfucker be rocking baggy clothes All that Jewels And he stay fresh With the clean sneakers Know what I mean? On some signs of bandana Look I need more than that to go on Jesus Here Take this Head down there Take a photo Send it to me And I'll point out Which one of them motherfuckers it is Fine And that's A little gift For you My brain is playing One of the more The Michael Flames and man The last The Michael Flames Man Make me go mad dream Let's be insane Don't buy yourself Ach komm Ernsthaft Das war der Weg Hat sich ja nicht mal gelohnt Das Radio einzustellen Na gut Das ist jetzt mein neues Auto Das behalte ich jetzt Die haben zwei alleine haben Bandana an Alle haben schicke Schuhe Äh mein Foto Okay Alter Kann man ja nicht einmal die Straße überqueren ohne angefahren zu werden I'm walking here So Kamera Money Die Frage ist kann ich mit dem Auch prügeln Ah ne kann ich nicht Okay 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 I get it Ja dann ist doch voll doof dann muss ich ja eigentlich nur von weiter ferne auf den ballern Ist doch eigentlich einfach Okay Ist ja hier gleich Oh ich hab meinen gelben äh Hammer wieder Der war ja gar nicht ähm mir der war ja meinem Kollegen und jetzt ist er wieder mir Okay mal gucken was ich gleich mache vielleicht fahr ich da auch einfach über ihn drüber Das funktioniert ja auch Da kann ich wenigstens gleich abhauen Ja mal gucken ob das funktioniert Durch das Fenster Ja Kannst du es nicht schicken Okay ich muss wohl hier hinten parken erstmal Unnötig kompliziert Wegdrücken Okay so Fahre ich dann da gleich durch Da sind sie alle Ob das reicht Ich glaube nicht dass ich hier durch kann Nein gerade so es klappt gerade so nicht Das war wirklich sehr einfach Ich kann schon verstehen dass die Leute Zu drive-by-shootings neigen Weil es einfach so bequem ist Du musst nicht aus dem geheizten Sitz raus Oh hier ist die nächste Mission Okay dann mach ich die doch direkt Und zwei Meter weiter gehe ich einfach direkt zur nächsten Mission Ja ja wir haben keine Zeit zu verlieren Zeit ist Geld Ach ja ich freue mich dass ihr noch so viele da seid Wenn ihr irgendwann heute geht denkt dran Ihr findet das die nächsten Tage alles auf meinem YouTube-Kanal Ja ja ich freue mich 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ja.